So, Grüße. Marvin hier noch kurz. Kurze Info noch vorweg. Diesen Shisha-Cast sollte ich eigentlich schon vor ungefähr einem Monat hochladen. Das Ganze wurde aufgenommen, bevor wir auf dem Blogger-Meet waren. Ich habe es vor dem Blogger-Meet nicht mehr geschafft und dann war eine Woche Blogger-Meet und dann war eine Woche Malediven und dann war ich anderthalb Wochen krank und ergo wir sitzen jetzt hier und ich erzähle euch, dass diese Episode eigentlich vor einem Monat rauskommen sollte und Surprise, das hier wird auch der erste Shisha-Cast sein, den es auch auf YouTube gibt. Also könnt ihr euch das Ganze auch nochmal mit Video angucken, wenn euch das besser gefällt. So, jetzt aber genug vom Gegenwarts-Marvin, zurück zu Vergangenheits-Marvin und Vergangenheits-Alex und Episode 20 vom Shisha-Cast. So, willkommen zum Shisha-Cast Episode 20. Alex, willkommen. Hallo Marvin. Hallo Alex. Schon 20 Episoden, ne? Das ist krass. Obwohl eigentlich schon, naja, weil es gibt ihn halt schon seit Dezember 19. Also eigentlich wollten wir ja, dass alle zwei Wochen eine Folge kommt. Wer da jetzt gut rechnen kann, merkt vielleicht, das hat nicht so krass geklappt, aber ey, immerhin, immerhin Episode 20. Also knapp im Monat zurück muss bewegen wir uns, ja. So ungefähr. Ja, das kommt eigentlich ganz gut hin. Und ich meine, immer noch, Podcast ist für uns halt so ein Fun-Projekt, wenn es leider mal eine Woche oder zwei dann eben nicht klappt, dann kommt halt nach einem Monat die nächste Folge und kann man nichts machen. Ist halt dann leider einfach so bei uns. Ja, wir haben heute wieder einige, einige nice Themen rausgesucht. Tatsächlich eine ganze Liste mit Real-Life-Themen. Dann haben wir heute ein Special. Da könnt ihr euch bestimmt schon denken, worum es geht. Wir werden heute ein bisschen über die neue 25-Gramm-Verordnung reden. Also Shisha-Tabak darf ab dem 1.7.2022 nur noch in maximal 25 Gramm hergestellt werden. Es darf noch abverkauft werden, aber hergestellt nur bis dahin. Und das wird heute unser Special-Thema sein. Und dann haben wir auch noch einige Shisha-News für euch. Aber erstmal die Frage an Alex. Wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Also nichts zu klagen. Bin gesund. Läuft alles soweit. Ja, also alles top. Ich hoffe, dir auch. Ja, viel zu tun, weil ja noch ein bisschen was ansteht im September und Anfang Oktober. Und das will dann natürlich vorbereitet sein, damit auch auf YouTube weiterhin genug Videos kommen. Und da bin ich gerade ein bisschen am strugglen, wie ich das alles noch unterkriege. Aber es wird schon irgendwie. Ja, dein Terminkalender sah echt voll aus vorhin. Aber es war schon. Digga, du, um es mit Mias Worten zu sagen, du machst dir keine Vorstellung. Das ist so ein Spruch von mir. Ja, aber es passt echt sehr, sehr gut. Ja, das ist also, ja, wir kommen noch ein bisschen genauer zu. Aber ja, der ist schon, der ist schon wirklich gut voll. So, du nimmst gerade noch einen kräftigen Zug. Erzähl uns doch mal von was, an was und wie was und so. Ich habe mir die Dosha Basic ausgesucht, weil es auch eine Pfeife ist, die ich mir sehr, sehr gerne noch holen würde. Das Ganze auf der PK500 Bowl. Ist doch PK500, ne? Yes. Und als Kopf habe ich mir den Hooker John Harmony rausgesucht, mit einem Nagrani natürlich. Und gebaut habe ich, muss ich jetzt erst mal überlegen. Ich habe auf jeden Fall Uluki drin, ich habe Quizmove drin, ich habe Tier drin. Und den Tropical Gava habe ich noch drin. Ja. Gut. Ja. Kopf und so hat sie? Kopf und so habe ich, ja. Okay. Dann erzähle ich doch mal, was ich so habe. Ja, was hast du denn? Beziehungsweise erzähle ich alles bis auf den Tabak, weil mal wieder war unsere Arbeitsteilung so, dass ich Cam und Stream ready gemacht habe und Alex hat die Köpfe ready gemacht. Und ich habe mir die Vibro Penta geschnappt. Die steht bei mir im Moment noch auf der Tradi Mini. Tradi Cut Mini? Ich finde A, finde ich die Ball wunderschön. B, das Setup sieht auch super geil aus. Achso, übrigens. Setups, Werbung. Einige Sachen davon sind gestellt, deswegen müssen wir das kurz dazu sagen. Haben wir euch ja letztes Mal in der letzten Folge schon erklärt, dass es da neue Regeln gibt und wir jetzt basically alle drei Minuten Werbung sagen werden. Oder müssen halt. Ich meine, wir machen ja nie ein Geheimnis draus, dass viele von den Sachen, die wir benutzen, die wir vorstellen, die wir testen, dass die gestellt sind. Anders würde das auch gar nicht gehen. Könnte sich ja kein Mensch alles kaufen, was wir dann vorstellen wollen. Aber wir müssen es eben dazu sagen, deswegen an der Stelle auch Werbung. Einige Sachen von den Sachen, die wir benutzen, die sind gestellt. Und ja, die Vibro Penta ist zum Beispiel gestellt. Die Tradi Cut habe ich zu einem guten Preis bekommen. Obendrauf habe ich den Oblaco L. Den habe ich, glaube ich, selbst gekauft. Und den Callout ebenfalls. Und Tabak, da müsstest du mir kurz sagen, was du reingemacht hast. Hast du irgendwas mit Lim2? Ich wollte gerade sagen, Lim2 sind, glaube ich, 60% oder so, 50%. Dann habe ich auch den Lime rein. Was habe ich noch rein? Den Flavo von Ian. Und ein Hauch-Ulluki auch. Das mit dem Flavo kommt auf jeden Fall geil. Ja? Ja. Aber sehr leckeres Köpfchen. Hast du auf jeden Fall gut gebaut. Ja. Und wo wir eh schon Werbung gesagt haben, bei den Bowls und bei den Pfeifen, könnt ihr sehr, sehr gerne mal bei unseren Rabattcodes. Hast du auch eine Übersichtsseite mit deinen Rabattcodes? Nee, noch nicht. Ist gerade in Arbeit. Okay, ist in Arbeit. Also, ich habe schon eine. Da könnt ihr einfach auf shisha-wg.de gehen, wenn der Alex nicht sein Mikro kaputt hat. Shisha-wg.de und dann oben im Menü auf die Rabattcodes. Und dann gibt es da eine komplette Liste. Da kriegt ihr eigentlich fast alle Sachen, die wir so benutzen, auch irgendwie günstiger. Oder kriegt was Kleines dazu. Da gibt es immer eine schöne Liste. Ja, soviel auf jeden Fall zu den Setups. Die Köpfchen lassen wir uns jetzt schmecken und starten doch mal rein in unsere Real-Life-Themen. Ja. Und ich habe gesehen, du bist wieder ein bisschen mehr im Gym unterwegs. Also, ich habe es mir jetzt vorgenommen, wieder regelmäßiger zu gehen. Ich habe nicht genug Zeit, um da irgendwie einen, weiß ich nicht, Zweiersplit, Dreiersplit oder sowas zu fahren. Deswegen bin ich im Moment einfach noch auf einem Ganzkörper. Jetzt am Anfang, ich war jetzt gerade dreimal wieder. Also, eigentlich noch nicht wirklich der Rede wert. Ich hoffe aber, dass es noch mehr als drei Besuche werden. Es müssen mehr als drei Besuche werden. Sagen wir es so. Ich habe jetzt mit Ganzkörper an den Hammer-Strength-Maschinen angefangen, weil ich die extrem geil finde. Also, Hammer-Strength-Maschinen sind ... Super, und Best-Maschinen eigentlich. Ja, was Maschinen angeht, wirklich das Geilste, was du machen kannst. So die Dynamik da drin, so eine High-Row einfach. Ja, High-Row habe ich auch. Das ist geil. Aber ich finde auch allein die normale Bench-Maschine von denen so geil. Also, ich weiß nicht, vom Bewegungsablauf her und wie gut ich mich darauf konzentrieren kann, den Muskel richtig zu treffen. Ja, gerade weil du bei den Hammer-Strengths auch so diese Dynamik nach innen hast. Sonst hast du ja immer so dieses ganz normale, statische. Ja. Und das finde ich schon sehr, sehr cool. Ja, also gerade, wenn du nach oben gehst und die Dinger weiter zusammenwandern, du die Ellbogen zusammenbringen kannst und richtig schön den Squeeze in der Brust hast, das ist schon sehr nice. Das werde ich jetzt, denke ich mal, wieder so einen Monat machen oder so. Mal gucken, wann es mir langweilig wird an den Maschinen. Und dann ist eigentlich wieder mein Plan, wie ich das sonst auch immer gemacht habe. Oder also, früher beim Studium habe ich auch Dreier-Split, eine Push-Pull-Beine. Aber jetzt will ich eigentlich wieder dahin kommen, dass ich einfach nur die Grundübungen mache. Also das, was du auch letztes Mal eigentlich angefangen hattest. Genau, ja. Also, Overhead-Press, Bench, Squats, Deadlifts. Ja. Das war es, glaube ich, schon, oder? Das war es. Vergesst dich einer? Ich glaube nicht. Bench, Overhead. Deadlift? Deadlift. Squats. Squats, ja. Vielleicht baue ich da noch irgendwas für den Rücken ein. Ich wollte gerade sagen, Rows kannst du halt. Ja, Rows oder Latzug, irgendwie sowas in die Richtung. Weißt du, was das größte Problem für mich ist im Gym? Mein Gehirn weiß noch genau, was es machen muss. Und ich kriege auch noch die Bewegung hin. Aber meine Muskeln sind nicht der alte, der untrainierte. Der untrainierte Körper, der kommt noch nicht so drauf klar. Und dann habe ich im Moment das Problem, dass ich die Muskeln extrem gut treffe und eigentlich gut trainieren kann. Aber die Gewichte, die ich nehme, die zerpflücken mich halt komplett. Also der Muskel, der das nicht mehr gewohnt ist, aber das Gehirn, das noch das Wissen hat, wie du den Muskel richtig triffst, das ist eine ganz böse Kombi. Aber ich hoffe, dementsprechend schnell wird es auch wieder gehen, dass das besser wird. Also gehen wir auch wieder zusammen trainieren, ja. Du, wenn du wieder mitkommen willst, sehr gerne. Ja, bin ich dabei. Geil. Aber dann gib mir noch ein bisschen Zeit. Ja, aber nicht nur im Gym bin ich mehr aktiv, sondern ich versuche immer häufiger auf mein Bike zu kommen. Dachte, ich könnte mir auch noch kurz drüber reden, weil im Stream ja auch relativ häufig die Fragen kamen, was hast du denn für ein Bike? Und ich habe mir von Canyon das Endurace On geholt. Das ist ein Streetbike, also ein fast schon Rennrad, könnte man sagen. Du kannst auch über Light Gravel fahren, also mal so einen Feldweg oder so, solange du jetzt keine massiven Wurzeln oder riesige Steine, also solltest du jetzt nicht durch den Kienzbett. Ja, durch den Wald nicht, aber so diese typischen Feldwege, die man so kennt oder so, weißt du, wo noch so dieser leichte Schotter drauf ist und so, das ist absolut kein Problem mit dem Bike. Ist ein E-Bike, da flamen mich immer manchmal Leute für, so Rennrad holen, aber E-Bike verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, weil für mich ist der Aspekt eher, ich kann schneller anfahren. Das heißt, ich bin schneller auf Speed und ich fahre halt gerne schnell. Und an Bergen oder sowas, wo es halt mal krass anstrengend wird, kann ich den Motor noch ein bisschen dazuschalten, sodass der mir ein bisschen hilft. Ja. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich relativ schnell platt. Und der andere Punkt für mich ist, ich fahre ja meistens eh so zwischen 27 und 29 kmh, also auf den Strecken, wo ich wirklich einfach fahren kann, ohne andauernd anhalten, beschleunigen, anhalten, beschleunigen, da fahre ich eh schneller, als der Motor unterstützt, weil der hört ja bei 25 auf. Ich finde die Kombi auch super geil. Also allein E-Bike, Rennrad, das macht einfach Spaß. Und selbst wenn ich nicht mit Motor fahren will, dann ist das Bike immer noch ziemlich geil, weil in dem Bike ist tatsächlich nur das Getriebe verbaut. Das heißt, Motor und Akku kann ich rausnehmen. Und dann hast du noch mal weitaus leichter. Ja, viel leichter, viel leichter. Aber dann eben auch ohne Unterstützung, aber manchmal fahre ich da auch so rund. Also kannst du dir bei dem Bike dann halt nice aussuchen. Ich meine dann, das Getriebe wiegt glaube ich auch noch mal anderthalb oder zwei Kilo. Die hast du dann halt mit dabei. Aber das Bike wiegt mit Akku und Co. glaube ich 15 Kilo. Das ist immer noch ultra leicht. So ein normales Mountainbike wiegt locker 20 Kilo, also aus Alu und so. Ja, kommt drauf an, das aber ja. Ja, also wenn du dir jetzt einen 3, 4, 5.000 Euro Canyon aus Carbon holst, dann wiegt das natürlich keine über 20 Kilo. Aber in der Regel, ich würde sagen, die meisten Mountainbikes liegen über 20 Kilo. Ja, und da bin ich auf jeden Fall sehr happy mit und da versuche ich in letzter Zeit immer häufiger drauf zu kommen. Und letztens habe ich einen sehr, sehr schönen Ausflug mit Mia gemacht. Da hat mir nämlich der Alex von Stimo geschrieben. Oh ja, ich habe es gesehen. Ich war so neidisch, als ich die Story gesehen habe. Vor allem, ich habe die noch im Gym gesehen und dachte so, jetzt da mitscheln, hätte ich schon Lust drauf. Also einfach, erzähl erst mal, was gab es denn? Ich hatte ja schon mal im Podcast erzählt, dass ich sehr nautisch begeistert bin, kann man das so sagen. Also mein Papa hat halt ein Sportboot und da bin ich früher super oft und super gerne mitgefahren. Dieses Jahr hat es leider nicht so oft geklappt. Wir hatten ja auch nicht wirklich einen guten Sommer. Aber der Alex von Stimulation, der hat eben jetzt auch einen Bootsführerschein gemacht. Da habe ich halt immer viel mit ihm geschrieben über den Bootsführerschein und so. Und der hat sich jetzt tatsächlich auch ein schönes kleines Sportbildchen gekauft. Auch ein sehr, sehr schönes Boot geworden. Und dann hat der Alex gesagt, willst du nicht mal rumkommen? Und dann bin ich mal rumgekommen mit Mia und dann sind wir mit dem Alex eine kleine Runde über den Main gefahren. Und dann haben wir noch im Hafen wieder angelegt in seiner kleinen, wie nennt sich das, Hafenbox. Und dann haben wir da noch eine schöne Pfeife auf dem Boot geraucht. Das war sehr, sehr nice. Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch viel über die Shisha-Szene und Co. geredet und so. Und was da noch alles kommt und was geplant ist und so. Wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt was von dir real? Ich sehe da, die ganzen Real-Life-Themen sind alle nur ich. Bei mir ist nicht viel passiert. Dann musst du auf jeden Fall Punkt 13 übernehmen. Punkt 13? Ja, dann kannst du den hier erzählen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu erzählen kann. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Kannst du da ein bisschen teasern. Ja, okay, dann wird das jetzt ein relativ krasser Mal. Und Bubble Tea kannst du auch erzählen. Willst du erst mal Bubble Tea erzählen? Ja, wir sind Bubble Tea süchtig geworden. Also in Rotkau hier in Ieroden hat der Giku Bubble aufgemacht. Werbung auch? Nee, müssen wir da Werbung sagen? Eigentlich nicht, ne? Ich weiß es nicht. Wir haben keinerlei kommerziellen Anreize. Wir müssen nicht Werbung sagen. Eigentlich nicht. Also keine Werbung. Keine Werbung. Und meinen Freunden hatten mir das erzählt und haben uns da mal einen geholt. Und es war echt super lecker. Oh ja. Vielleicht hole ich mir nachher noch einen. Wo wir gerade drüber reden, kriege ich voll Bock. Und dann hatten wir ja das Thema irgendwann mal gehabt, dass das, ich glaube, mir auch super gerne Bubble Tea trinkt. Dann habe ich das erzählt und dann war es hier auch sehr, sehr oft da, was ich gesehen habe. Also das Bubble Tea im Endeffekt. Definitiv. Also ich glaube, wir haben schon anderthalb Karten voll. Das heißt, eine sind, glaube ich, acht. Also müssten wir schon zwölfmal, also waren wir schon sechsmal da jetzt in der kurzen Zeit. Ihr habt ja auch an einem Tag zweimal geholt. Echt? Ja. An welchem? Ich weiß es nicht mehr. Einmal zweimal da? Ich glaube, als ihr in der Thermo wart. Ne. Ne? Oder? Ich glaube schon. Vielleicht auch doch. Ich weiß es nicht. Ich sage jetzt mal lieber nicht nein. Ja. Ne. Also ich mag Bubble Tea zwar. Mhm. Also ich mag Tee. Ja. Und ich mag auch Bubble Tea mit dem Tabioka. Mhm. Aber ich glaube, ohne Mia würde ich nur halb so oft hingehen oder so. Aber Mia ist ja schon ein großer Fan und dann fahre ich auch sehr gerne mal mit ihr hin. Ja, ich habe, also ich muss sagen, würde meinen Freunden das nicht so sehr feiern. Das wäre ich wahrscheinlich auch nicht so oft da, sondern dann, wenn es sich mal ergibt. Aber, ähm, ich gehe sehr, sehr gerne dahin. Also es schmeckt super gut. Und preislich ist es auch voll okay. Ja, also wenn du das mit Bubble Tea in Frankfurt oder sowas vergleichst, dann ist es halt wirklich ultra günstig. Ich glaube, für 600ml 3,50. Ja, genau. Und das ist, finde ich, echt gut. Normal kostet ein großer in Frankfurt 5 Euro und da sind es meistens nur so 500ml. Und die sparen auch nicht an dem Bubbles oder Tabioka. Ja, echt nicht, ey. Wir haben am Ende noch voll oft welche über. Ja. Aber, ja, ist cool. Also Bubble Tea, da kann man ab und zu mal einen reinkippen. Ja. Aber ich glaube, da ist Mia sauer, wenn ich nachher ohne sie hingehe. Weil Mia ist heute mit ihrer Mom unterwegs. Ja, es gibt aber noch mehr Rotgau News hier. Die Local Boys, also wir haben es ja schon häufiger erzählt, ich wohne zwar nicht mehr in Rotgau, aber ich bin ja in Rotgau aufgewachsen. Rotgau ist auch nicht so weit weg und allein, weil meine Eltern da noch wohnen, bin ich da auch relativ häufig. Aber, um jetzt den Boden zu spannen, wir haben ja schon häufiger erzählt, dass wir auch sehr gerne Podcasts hören und wir deswegen überhaupt auf die Idee gekommen sind, einen eigenen Shisha-Podcast zu machen. Und da gibt es eben den guten Max. Ich glaube, Max Nikolas von Nachtsheim oder sowas heißt er komplett. Ganz wilder Name. Und der Max macht eben in vielen Podcasts mit, die ich sehr, sehr geil finde. Unter anderem Radio Nucular, Rumbleback. Ist das auch schon oft erzählt, ja. Ja, also in vielen Podcasts, die ich gerne höre, ist der Max dabei. Und der ist eben auch in Rotgau aufgewachsen. Er wohnt zwar auch nicht mehr da. Ich glaube, der wohnt jetzt in Aschaffenburg. Ist auch nicht so ultra weit weg. Und der war schon immer, also das sind alles so Podcasts, die sich so ein bisschen um dieses Thema Gaming und Nerdtum und Nostalgie von damals dreht. Also dann, keine Ahnung, bei Radio Nucular reden sie dann über Sachen wie, wie war die Schulzeit und wie war das, als die N64 rauskam und all so Themen. Also schon so ein bisschen nerdmäßig angehauchte Vergangenheits-Nostalgie-Themen. Und der Max hat jetzt tatsächlich in Rotgau einen eigenen Laden eröffnet. Und zwar die Nerdy Turdy World. Also du musst dazu sagen, er hat damals, er ist auch Rapper. Rapper und Vollzeit-Nart. Ich habe das gar nicht gecheckt, bis ich dann gesehen habe, dass das eigentlich Rockstar, ne? Genau, Rockstar, ja. Ja, müssen wir glaube ich auch mit erwähnen, genau. Ja, und der war eben immer so ein bisschen in dieser Nerd-Szene und dann Rapper oder Erstrapper, keine Ahnung. Und da hat er ja unter anderem diese Shirts gemacht, die dann auch Crow getragen hat und so. Und das war eben das Label Nerdy Turdy. Deswegen heißt jetzt auch der Laden so. Ja, und der hat letztens eröffnet und ja, dann haben wir uns da eben mal hinbegeben und haben da mal geguckt. Dann habe ich mir auch hier so ein Funko Pop, Funky Pop, Funko Pop geholt und das ist so ein Baby Yoda. Und der hat sogar so ein Bobblehead, den kannst du so antippen, dann wöckelt sein Kopf her, das ist ganz witzig. Weil ich will ja noch den Stream-Hintergrund ein bisschen umbauen. Dann dachte ich, dann kommt hier so ein schönes Regal hin und dann stelle ich den rein. Und dann habe ich noch so zwei Mario Kart Plüschis geholt, eine Banane und einen Pilz. Und dann kann ich das alles da hinten reinstellen. Ja, ja, genau. Ja, und dann kann ich das da alles schön irgendwie ins Regal stellen und dann, ja, passt das, ja, und ja, ich wollte dann einfach vorbeischauen, ein bisschen Support Your Locals und so. Ich finde es einfach cool, was der macht. Ich höre die Podcasts von ihm gerne und wenn er dann schon hier um die Ecke, weil er muss da, glaube ich, eine Viertelstunde hinfahren oder sowas. Jügesheim, ne? Jügesheim ist ja. Aufgemacht, in der Straße, hinter den Kinos sozusagen. Ah, ja, okay. Ja, und ja, da wollte ich eben unbedingt vorbeischauen. Das haben wir gemacht. Dann habe ich die drei Sachen geholt und ja, sehr cool. Sehr cooler Laden. Da wünsche ich dem Max auf jeden Fall viel Glück. Und es ist einfach, ich finde es witzig, dass so einer von meinen Lieblings-Podcasts dann halt einfach in unserer Nähe einen Laden hat und auch hier aufgewachsen ist. Und dann erzählt er halt auch manchmal Sachen von Rottgau und ich denke so, ja, man, früher in Rottgau aufgewachsen, das war genauso, genauso, wie er es sagt. Das war schon sehr, sehr wild. Ja, und ich habe noch mehr gekauft. Den Leuten, die gerade den Shisha-Cast live gucken, kann ich das sogar einmal zeigen, weil wir nehmen den Shisha-Cast ja wieder hier live im Stream auf. Das Ding ist so cool, ne? Ja, und zwar, ich hatte gestern auch eine Story mit. Das sieht halt super wild aus. Und zwar geht es um die Insta-Kamera. Also Insta, für alle, die es nicht wissen, die haben auch Produkte. Unter anderem eben hier die Insta 360 oder 360 1x2. Mit dem Produktnamen müssen die meiner Meinung nach nochmal gucken. Also Insta 360, dann ausgeschrieben 1 und dann x2. Ich würde behaupten, man kann da einen besseren Namen finden. Ist eine 360-Grad-Kamera, das heißt, die filmt einfach alles und man kann danach in der App immer den Ausschnitt auswählen. Ist halt mega geil. Und bis 10 Meter wasserdicht. Hat halt super coole Effekte. Habe ich gedacht, ja, wenn man mal in den Urlaub geht oder tauchen oder, keine Ahnung, auch für eine witzige Story hier im Office. Oder für das anstehende Event. Oder für das anstehende Event, ja. Aber erstmal, ich finde den Stick, finde ich halt super geil. Ja, genau. Das ist vielleicht noch dazu gesagt, der... Das Top Feature. Ja, wird halt einfach, also siehst du nicht auf den Aufnahmen. Genau, also hast du einen Selfie-Stick, so ein ausziehbares Griffstück. Und der wird einfach aus dem Video rausgeschnitten. Und dann sieht man einfach nicht, dass du die Kamera in der Hand hast. Super cool. Das ist mega krass. Ja, ein sehr, sehr cooles Ding. Da kann man jetzt auf jeden Fall wieder ein paar witzige Sachen mit anstellen. Aber zum folgenden Trip im... Ja, bald, ne? In einer Woche. Ist es ja schon soweit. Heute in der Woche. Heute in der Woche, ja. Krass. Aber wo? Ja, wo? Also, man hat es vielleicht schon mal in der einen oder anderen Story gesehen. Flo, also Carbon Smoke, hatte mal was mit dem Airbnb. gepostet und da... In Airbnb? In Airbnb, ja. Und da hat er dich verlinkt gehabt. Mich? Ja. Hat er mich verlinkt gehabt. Auch noch? Ja. Das kann ja nichts werden. Dann war da noch der liebe Aljoscha von Hooker ist, wurde auch noch markiert. Und der Yannick von Kassel auch noch. Krass. Und da, ja. Nee, auf jeden Fall sind wir da. Jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, wird schon denken. Wir haben so einen kleinen Blogger-Trip geplant, wo wir einfach zur fünften Airbnb gemietet haben. Und dann nächste Woche eine ganze Woche, glaube ich sogar, ne? Ihr eine ganze Woche? Ich nicht ganz, ja. Stimmt, du nicht ganz, weil du bist dann noch im Umera vertreten. Genau, ihr bleibt bis Sonntag und ich muss Samstagabend ins Umera, weil da haben wir den Abend mit den verlosten Umera-Abenden. Das wird auch wild. Ja, bin ich auch gespannt. Aber, ja. Verbring da eine schöne Woche. Natürlich wird einiges an Content rumkommen. Also, du hast schon Ideen, ich habe schon ein paar Ideen. Livestreams wird es auch geben. Genau. Ich glaube, Yannick will den Lost Monday streamen und ich werde auch ganz normal Dienstags und Donnerstags streamen. Und dann werden wir wahrscheinlich ordentlich Leute mit dabei haben, ne? Also, es werden wahrscheinlich schöne volle Livestreams. Ja. Also, es wird, ich bin mega hyped, muss ich schon sagen. Also, es gibt so ein paar Hintergrundinfos, wo ich jetzt noch nicht so viel zu sagen darf. Aber, das wird schon sehr, sehr wild, glaube ich. Ja. Ich denke auch. Und nicht nur das wird wild. Es gibt bei mir auch noch die Möglichkeit, möchte ich sagen, dass noch ein anderer Trip zustande kommt. Ihr merkt schon, wie vage ich mich ausdrücke. Und genauso wenig kann ich da auch jetzt drüber erzählen. Ähm, ja. Es sollte da schon mal was anderes passieren, was dann nicht passiert ist. Und das passiert jetzt vielleicht doch, aber passiert ein bisschen anders. Genau. So. Das, also, ich kann da noch nicht zu viel zu sagen, weil... Es ist alles sehr vage. Ich glaube, dass erst, wenn ich das schwarz auf weiß habe. Sagen wir es einfach so. Aber wenn das so kommt, dann wird es extrem geil. Ja. Das wird dann... Da bin ich auch sehr gespannt, wie das wird. Ja, same. Aber das erfahren wir dann Ende November. Äh, September. Ende September. Ja, wir haben jetzt September, genau. September ist da noch zwei weiter. Ja, ist ein bisschen, ja. Ja. Ja, also, ein Trip, den wir zusammen machen. Ein Trip, den ich nicht alleine mache, aber nicht mit dir. Und wir haben aber noch einen Trip gemacht, den wir zusammen gemacht haben. Also, ja, wir haben eigentlich... Ja, ihr versteht schon. Alex und ich waren unterwegs. Wo waren wir denn, Alex? Was haben wir denn gemacht? Ja, wir sind nach Köln gefahren. Und zwar, eigentlich Intention war, da war das Adalia Blacktasting. Das hatten wir ja schon im letzten Podcast ein bisschen angeteast. Und, ähm, haben da aber noch einige Sachen mitgenommen. Also, wir waren da ein Wochenende. Also, wir sind, glaube ich, Samstag... Ne, Freitag sind wir, glaube ich, hin, ne? Ne, eine Nacht haben wir da gepennt. Sind wir Samstag auf Sonntag? Ja, Samstag auf Sonntag. Jetzt sind wir Samstag hin, sind bis Sonntag geblieben. Und, ja, wir haben es aufgemacht. Du bist netterweise gefahren. Das ist richtig. Und, ähm, sind wir angekommen. Der erste Stopp war erst mal das Ahoy vom Steffen Hensler. Wir hatten es ja im letzten Stream schon kurz angeteasert. Alex und ich haben da so einen neuen YouTube-Channel gefunden, den wir gerade suchten. Und zwar den Max, der immer diese Restaurant-Tests macht. Und der war eben unter anderem auch schon in dem Ahoy. Also, wie gesagt, so ein Restaurant von dem Hensler. Genau. Ja. Und, ähm, das hat uns so gut im Video gefallen, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir eh in Köln sind, nehmen wir das einfach mit. Das heißt, der erste Stopp war das Ahoy. Wir haben beide Burger gegessen, meine ich. Du hast den Thunaburger, glaube ich, gehabt. Ja, den Thunfisch-Steak-Burger. Und ich hatte den Backfisch, glaube ich. Ja. Supergeil. Aber ich muss sagen, das Highlight waren die Fritten. Für mich auch, Alter. Die Pommes waren so geisteskrank. Also, wenn ihr aus Köln seid und ihr zu Ahoy gehen solltet, auf jeden Fall die Henssler-Fritten. Ansonsten wart ihr nicht bei Ahoy. Okay. Die waren, also, von Gewürzen bis zur alleinigen Konsistenz und Geschmack der Pommes selbst bis zu der Soße, die da oben tue. Alles. Brutal. Alles. Also, das war, das hat schon mal gut angefangen, sagen wir mal so. Das Lustige war, ein Follower von dir hatte ja noch geschrieben gehabt, dass er da um die Ecke gerade eine Pfeife raucht. Nee, er wohnt da um die Ecke und da hat er mir ein Bild geschickt, wie er draußen eine Pfeife raucht. Und da dachte ich, oh geil, gönn dir, ne? Ja, und dann haben wir bezahlt, sind so langsam zum Auto gegangen, einen Parkplatz um die Ecke, gehen in der Ecke auf einmal, steht er da mit einer Pfeife an. Ja. Das war wild. Grüße gehen da auf jeden Fall nochmal raus. Dann konnten wir noch zwei, drei Züge von der Pfeife nehmen. Und dann sind wir weiter. Aber wir haben neben dem Restaurant von dem Henssler, also neben dem Ahoy, haben wir noch was anderes entdeckt. Und zwar wollte ich eigentlich nur kurz auf Toilette gehen und hab dann eine riesige leere Halle gefunden mit einem Kartbahnboden. Und hab mich schon gefragt, was ist das denn? Eine Kartbahn ohne wirkliche Bahn. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Beamer an der Decke haben, die eine Strecke auf den Boden projizieren. Und die Karts waren sozusagen wie Mario Kart Karts. Das heißt, du konntest dann durch diesen Beamer, konntest du Raketen schießen und Boosts benutzen und so. Und da waren wir tatsächlich noch kurz davor, hätte es unser Zeitplan hergegeben, wären wir da am liebsten noch reingegangen. Aber wir hatten noch was anderes vor. Na, was heißt vor? Wir haben halt gedacht, okay, das Kart, das dauert zu lange. Bis wir das jetzt alles gemacht haben und so weiter und haben gedacht, okay, bevor wir jetzt kurz ins Hotel einchecken, dann fahren wir nochmal kurz in die Innenstadt und schauen beim LF Device Store vorbei. Yes. Weil den gibt's ja auch. Den gibt's in Köln. Den gibt's in Köln. Und du hattest eine lange Hose an. Ja, was eine sehr dumme Entscheidung war. Das heißt, Marv hat sich noch eine schöne kurze Hose gezogen. Ich hab mich umgezogen, hab die anprobiert, hab die direkt angelassen. Dann hab ich so hinter an Bobbes gegriffen, hab so das Schild rausgeholt, dass ich das grad scannen kann, dann hab ich's abgerissen. Dann hatte ich eine kurze Hose, was eine hervorragende Entscheidung war. Und die Hose ist auch saugeil. Ja, ich hab mir auch eine kurze Hose mitgenommen. Also die hier. Auch super. Das seh ich nicht, hör dich nur. Ja, hör dich nur. Und ja, Parkplatz war auf jeden Fall, hat Spaß gemacht, den zu suchen. Ja, boah, der Laden ist halt mitten in der Kölner Innenstadt. Und wir waren halt mit Sack und Pack mit dem Auto unterwegs. Das war keine gute Idee. Aber wir haben einen hochoffiziellen Parkplatz gefunden. Ja, auf jeden Fall. Wir wurden auch nicht abgeschleppt. Nein. Ja, das hat geklappt. Ja, und danach sind wir eigentlich kurz, war nur ganz kurz im Hotel einchecken, kurz Sachen hochbringen. Ja, literally so Tür aufgemacht, Tasche reingestellt, aha, okay, und wieder weiter. War halt ein B&B, machst nix falsch mit, weißt, dass es gut ist, kurz Sachen rein. Dann ging's auch schon weiter in die Ehrenbar. In Ehrenfeld. Und muss ich sagen, eine super schöne Bar. Aber Equipment hat ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Ja, es ist halt, also es war so eine Standard-Bahn, ne? Ja, also es ist für... Tonkopf-Kamin, Nagilem-NPS, ist halt ein bisschen oldschool, aber NPS ist halt grundsolide so. Ja, also wir sind halt sehr verwöhnt von Umera. Ja, safe, safe. Wenn du es mit Umera vergleichst, klar, dann tut's ein bisschen weh. Ansonsten würde ich sagen, war das eine ganz normale Shisha-Bahn. Aber eine schöne. Aber sah schön aus, war schon eingerichtet. Hätte ich von außen jetzt nicht gedacht. Von außen war es so ein bisschen okay, ich bin mal gespannt. Ja, bei der Gegend und von der Optik von außen dachte ich mir so, oha, wo sind wir denn jetzt hier landet? Also so ein bisschen altmodisch, Herren-Zimmer-mäßig eingerichtet. Ja, so Chesterfield-Sofas. Ja, genau. Und sind reingekommen, da war auch schon der liebe Andreas da. Ein Team-Mitglied von Adalia. Genau, hat die Tasting-Pfeifen vorbereitet. Alles in der ATH mit ATH-Köpfen etc. Für den neuen Adalia-Plate, der bald rauskommt. Wir beide haben uns auch dazu entschieden, dass wir uns eine eigene Pfeife nehmen. Dann einfach gucken, dass wir jeweils fünf Köpfe durchböllern, dass wir halt jede Sorte einmal getestet haben. Genau, es gab zehn Sorten an dem Abend. Wir haben praktisch untereinander geteilt, aber wir wollten jetzt, also es waren fast, ich glaube es waren alle geimpft. Und es waren auf jeden Fall alle negativ vor Ort getestet. Aber ich habe trotzdem, wir haben trotzdem gesagt, man muss es ja nicht provozieren. Genau. Dann haben wir uns eigentlich einfach eine eigene Pfeife genommen. Köpfe hatten wir ja eh dabei, haben wir dann selber gebaut. Und ja, auch alles super schön organisiert, muss ich sagen. Ja. Also hat alles ohne Probleme funktioniert. Ja. Hatten, ähm... Tabak macht auch einen sehr guten ersten Eindruck. Oh ja. Also es sind ein paar Sorten dabei, die sind echt geil. Also Limette war krass, Cola war krass und mein Highlight war tatsächlich der Gamm. Also mein Highlight ist auf jeden Fall der Cola gewesen. Mhm. Und danach schon, würde ich glaube ich auch sagen, Gamm. Also, ich meine, Gamm denkt man ja erstmal, okay, das ist ja was ganz Simples so. Also was soll bei Gamm dran sein? Aber ich weiß nicht, es war irgendwie so ein super schönes, rundes Ding. Ja. Mit genau der richtigen, minimalen Note an Darkblend unter dem Gamm und einer beeindruckend langanhaltenden Kühle. Ja, man muss sagen, Gamm, nicht dieses Bubblegum, was man kennt, sondern das ist ein Spermint. Und ich fand noch den, äh, Wildberry sehr, sehr gut. Oh stimmt. Aber den finde ich nicht intensiv genug. Genau, da müssen sie noch ein bisschen Aroma mit rein. Aber das waren ja auch nicht die finalen Sorten. Genau, waren einfach Prototypen, die wir dann testen konnten, wo wir auch wirklich noch Verbesserungsvorschläge geben konnten. Was fehlt uns, was ist unsere Meinung dazu? Auch zum Grundtabak-Aroma hatten wir ein sehr, sehr langes Gespräch darüber, wo ich sagen muss, ich glaube, der Adalia Black wird einer der besten Einsteiger Darkblends. Ja. Von der Stärke her, vom Grundtabak-Geschmack her, super easy zu rauchen, gar kein Problem. Ja, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Also würde ich genau so unterschreiben, safe. Ja. Und dann, äh, nachdem wir ordentlich geraucht haben, da bekommt man natürlich Hunger. Ja gut, wir hatten schon vorher ein bisschen Hunger, aber wir sind ja im Endeffekt erst um 12, 1? Ich glaube, beim Hänzler waren wir um 14 Uhr. Ja. Und um 17 Uhr sind wir aufs Tasting. Und dann sind wir um 21 Uhr oder so, 22 Uhr, das war schon relativ spät. Nee, das war später. Noch später? Ja, das war, das war um Mitternacht rum, das war 12. Mitternacht? Ja. So spät? Du musst, äh, wir waren dann essen. Ja. Und danach haben wir nur noch einen Kopf geraucht. Stimmt, ja. Und dann war es halb drei. Stimmt, ja, hast du recht. Ja, wo waren wir denn da? Da waren wir im Keberplant. Junge. Also, ich muss sagen, wir sind da hingekommen, von außen, wäre ich, wäre ich alleine in Köln unterwegs, wäre ich einfach dran vorbeigelaufen. Ja, same. Also es sieht von außen aus wie ganz normaler Standard-Imbiss, der irgendwie beim Baumarkt steht. Ja, aber wir haben da Adana gegessen, es war göttlich und das Brot, oh, Junge, dieses Brot, Alter, wir reden nur da drüber und mir läuft einfach das Wasser im Mund zusammen. Wie kann man Brot so geil schmecken lassen? Knusprig, fluffig. Saftig, Digga, das war saftig. Es hatte knusprige Stellen und dann wurde das, ich hab gedacht, die tunken das in diesen Adana-Saft. Hab ich auch so einmal durchgezogen. Ja, und dann noch mal auf den Grill und dann hab ich den gefragt und dann meinten die, nee, wir haben wirklich ein Gewürz fürs Brot gemacht. Junge, also ohne Scheiße, wer in Köln ist und türkisches Essen mag und nicht zu Keberplant geht, schämt euch, schämt euch. Also wirklich, das muss auf der, also wenn ihr Adana mögt und ihr nicht zu Keberplant geht, wenn ihr in Köln seid und, again, keine Werbung, wir haben gar nichts mit denen am Mut, aber Junge, war das fucking lecker, ey. Es war so lecker. Ja, also es... Okay, ich glaub, wir haben genug über Brot geredet und wenn wir weitermachen, dann muss ich gleich was essen. Ich hab jetzt schon so Hunger, ne? Aber wir wollen uns heute Abend, also wir machen heute Alex und Marv Day und wir haben erst ein Video aufgenommen, das wird auch demnächst bei mir auf dem YouTube-Kanal, also Shisha-WG, kommen. Und zwar hat der Alex ja vor kurzem sein Gesicht, haben wir da eigentlich schon drüber geredet? Ja, Face-Review hatten wir, ja. Auf jeden Fall hat der Alex ja jetzt sein Gesicht gezeigt, was bedeutet, er kann jetzt auch endlich mal in YouTube-Videos mit dabei sein und da haben wir heute zur Feier des Tages direkt mal eine schöne Tabak-Erraten-Challenge gemacht. Wilder Ausgang. Wenn ihr wissen wollt, wie, dann müsst ihr euch wohl das Video angucken. Mehr werden wir jetzt noch nicht spoilern, aber wird nice, wird sehr nice. Ja, und das haben wir heute gemacht, dann haben wir jetzt die Podcast-Aufnahme und heute Abend wollen wir noch gemütlich Pfeifchen, Mario Kart und dann vielleicht noch so einen schönen Adana reinbestellen. Nicht vielleicht, ich hab jetzt schon Hunger. Ich wollte ja nur die Spannung ein bisschen aufbauen, Alex. Nee, 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 nee. Ja, okay, also heute Abend gibt's eine schöne Portion Adana. Und zum Nachtisch Künefee oder Baklava? Künefee hab ich noch nicht gegessen. Also Künefee. Okay. Künefee, das. Ich muss auch sagen, dass Baklava, da wo wir heute Abend bestellen wollen, weniger gut ist, als bei dem türkischen Grill, wo wir in Frankfurt waren. Oh, das war auch so gut. Ja, das war geil. Die hatten Baklava, das haben die extra nochmal aufgeschnitten und dann noch Eis reingemacht. Die Gottlosen, das ist, wie kommt man auf so eine Idee? Vor allem nachdem wir einen Grillsteller gegessen haben. Wir haben da schon das fettigste, süßeste, krasseste Nachtischgericht, das es gibt. Lass da noch Eis reinklatschen. Aber das war geil. Das war geil, ja. Also das war, wie hieß der nochmal, EF? Emrit, Emrit T. Emrit? Emrit. Aber es gibt da von zwei in Frankfurt. Ah, okay. Aber von denselben Leuten? Das weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Aber das ist der bei der Konstabler, war das, ne? Boah, keine Ahnung. Ich weiß, dass hier Blubberhaus um die Ecke war, oder? Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, es war dein Konstabler. Ja. Das, was er sagt. Ja. Ja, ja. War auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Der war auch lecker. Genau. Long story short, wir haben richtig Bock auf Adana und werden uns heute Abend einen schönen Adana reinbestellen. Wir haben schon wieder so viel über Essen geredet. Was ist eigentlich los? Ja. Essen ist halt auch einfach geil. Ja. Ich habe auch gestern, also ich war gestern im Gym und ich habe nach dem Gym eine Portion Froster gegessen. Das ist auch eine neue Sucht bei dir, oder? Da kommen wir gleich noch zu. Kann ich dann überleiten, direkt noch mitmachen. Ich habe nach dem Gym, ich hoffe man hört die Sirenen nicht, hier ballert gerade wieder die Feuerwehr vorbei oder so. Auf jeden Fall habe ich gestern nach dem Gym eine Portion Froster gegessen. Und das hat mir einfach nicht gereicht, ne? Dann habe ich Formel 1 geguckt und ich weiß nicht, anderthalb Stunden später habe ich mir die nächste Portion Froster gemacht. Die sind auch echt nicht so groß, ne? Also entweder man macht da anderthalb Säcke, damit man eine gute Portion hat. Oder wenn du eine Portion isst, das sind auch nicht viele Kalorien. Das sind knapp 500 Kalorien, die so ein Beutel hat. Je nachdem welcher natürlich. Der Bote ist halt echt nicht so viel. Ne, ist nicht viel. Also wenn du überlegst, bei mir, ne? Zwo Meter eins groß, 130 Kilo schwer. Wenn ich Sport mache, darf ich am Tag irgendwie 4300 Kalorien oder sowas essen. Also da ist so ein Frostersack ist nicht mal ein Achtel von dem, was ich am Tag essen darf. Eine Vorspeise. Ja, so ungefähr. Aber eine sehr leckere. Ja, ich kann da auch direkt den Bogen spannen. Anderes Real-Life-Thema. Ihr habt vielleicht bei mir auf Instagram gesehen, dass ich mir relativ häufig HelloFresh, also was heißt bestellt habe. Aber ich hatte ein HelloFresh-Abo. Habe das jetzt aber tatsächlich wieder abbestellt, weil ich gemerkt habe, dass ich zu unflexibel bin. Also HelloFresh hat mir sehr gut gefallen. Es kam bis auf einmal immer alles heile an. Es kam immer super pünktlich an. Die Gerichte waren extrem lecker und ich habe wirklich wieder Freude am Kochen gefunden sozusagen, weil du halt auch mal Sachen probierst, die du sonst nicht machen würdest, die sich dann aber als unglaublich lecker herausstellen. Das Problem war nur, ich war zu unflexibel. Also du kriegst da halt jede Woche einmal ein Paket und du kannst die auch pausieren und so. Aber wenn du dann gerade die Woche halt, bei mir ist es so, ich habe eigentlich nur Freitags- und Samstagszeit, um wirklich ausgiebig zu kochen. Wenn überhaupt, eigentlich meistens nur Samstags. Meistens nur Samstags, ja. Und ich habe dann, am Anfang hatte ich drei Gerichte, das habe ich schnell auf zwei geändert. Und sogar bei den zwei habe ich dann gemerkt, so, keine Ahnung, wir fahren nach Köln und dann bin ich Samstags und Sonntags weg und dann fällt der eine Tag, wo ich wirklich entspannt kochen kann, weg. Dann habe ich halt diese HelloFresh-Dinger im Kühlschrank und die müssen dann halt weg, weil es ist ja kein Tiefkühlzeug. Ja, und deswegen bin ich gerade wieder so ein bisschen mehr auf dem Froster-Trip. Ja, und deswegen gibt es da jetzt bei mir relativ oft Froster, weil ich das für Tiefkühl-Sachen schon extrem geil finde. Also ich meine, die werben ja auch immer mit, keine Zusatzstoffe, die es da ist. Aber da gibt es mittlerweile einige von, also es ist nicht nur Froster, die keine Zusatzstoffe benutzen. Aber für mich, Froster qualitätsmäßig ist halt geil, wenn du dir hier irgendwie so eine Tiefkühlpfanne im Aldi holst oder so, das haust du in die Pfanne und danach ist nur noch die Hälfte da, weil da so viel Wasser weg ist. Und das hast du bei Froster eben nicht. Klar, bei so einem Hühnerfrikassee, wo die Soße praktisch am Reis ist, die Soße wird dann natürlich zur Soße. Ist klar. Aber bei anderen Sachen hast du da fast nichts, was weggeht. Also da merkst du schon qualitative Unterschiede. Fast nie gegessen, muss ich sagen. Froster? Ja. Kann ich nur empfehlen. Innerhalb von zehn Minuten hast du in der Pfanne ein fertiges, geiles Gericht. Das wäre auch so mein Ding, dass ich einfach mir so ein paar Beutel hole, weil ich halt einfach sage, ich bin teilweise einfach zu voll zum Kochen. So, ich bin dann zu Hause, ein bisschen was für die Uni gemacht, war vielleicht im Sport und danach würde ich halt gerne Content machen. Dann mich hinzustellen, um mal frisch zu kochen, ist halt so. Ja. Fühle ich hundert Prozent. Also bei mir ist, viele Leute schreiben mir dann immer so, ja, aber Kochen wäre besser. So, ja, aber du verstehst nicht, ich habe nicht die Zeit, immer so viel zu kochen. Und dann ist bei mir nicht die Entscheidung, koche ich oder Froster, sondern esse ich Froster oder bestelle ich mir irgendeine ekelhafte, fettige Pizza über die Farando für den Zehner. Oder fahre zu Burger King für 10 bis 15 Euro. Und da ist halt Froster in meinem eingeschränkten Entscheidungshorizont ist Froster das günstigste, schnellste und gesündigste. Also ich meine, Froster nimmt halt literally die Lebensmittel, packt da eine Soße und Gewürze dran und friert das Zeug ein. Und leckerste. Und leckerste. Ja, obwohl, leckerste würde ich nicht mehr sagen. Froster ist schon sehr lecker, aber so die ein oder andere Sache, die ich mir von HelloFresh gemacht habe, die war leckerer. Ja, aber ich meine in deinem Kospus. Ja, gut, ich hätte auch ab und zu mehr Bock, mir einen geilen Double Whopper mit Käse oder sowas reinzuziehen. Aber danach fühlt man sich halt immer scheiße. Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Deswegen bin ich im Moment so ein bisschen wieder auf Froster. Ja. Und wo wir schon bei Sport und Ernährung waren, fehlt noch ein wichtiges Rad am Wagen und zwar Wellness. Ich gucke gerade ganz skeptisch, was macht der schon wieder für eine Überleitung hier, was passiert. Ich war letztens mit der Mia zusammen in der Toskana Terme in Bad Orb. Genau, weil eigentlich früher war ich da super oft, da war ich eigentlich einmal im Monat, spätestens einmal alle zwei Monate war ich einen ganzen Tag in der Terme und ja, das habe ich so ein bisschen vermisst und jetzt geht es ja langsam wieder mit der 3G-Regelung und so und da habe ich mir die Mia geschnappt und dann sind wir mal nach Bad Orb gefahren und sind mal in die Toskana Terme. Das ist eine süße kleine Terme, ist jetzt keine Riesenterme. Die haben so ein großes Innenbecken, ein großes Außenbecken und noch so ein paar andere kleine und irgendwie, ich glaube, die haben sogar irgendwie einiges. Acht oder Zehn Saunen, aber ich gehe immer nur in die finnische Sauna oder die Panorama Sauna, sind auch die heißesten. Also ich, wenn Sauna dann richtig, denke ich mir immer so, so eine 60 Grad Sauna oder so, die reicht für mich einfach nicht. Nee, 60 Grad auf keinen Fall, aber alles, was dann auch zu hoch ist, macht auch, finde ich, keinen Spaß mehr. Was zu hoch ist? Also ich habe noch keinen zu hoch erlebt in der Sauna. Ich glaube, die finnische ist 90 und die Panorama ist sogar 100. Ja, aber alles, was da drüber geht, finde ich, finde ich zu... Ich glaube, ich hatte in der Terme noch nie eine heißere, ich glaube, 110 Mal oder so, aber das war auch okay. Ja, ja. Also 90, 100 finde ich eigentlich somit am besten. Genau, und das sind eben die beiden und genau in die gehe ich dann auch immer. Ja, Mia war noch nie in der Terme tatsächlich vorher. Ach echt? Ja, war krass. Und ich glaube, ich hätte ihr mehr erzählen müssen, dass Terme halt auch viel bedeutet in der Sauna sein. Ja. Zumindest für mich. Also für mich ist Terme immer, naja, wenn ich gerade nicht in der Sauna bin oder auf den nächsten Aufguss warte, dann schwimme ich ein bisschen in den Becken rum. Aber ansonsten bin ich eigentlich mehr im Saunabereich. Wenn wir in der Terme waren, haben wir es eigentlich auch immer so gemacht. Wir waren vielleicht so am Anfang eine Stunde so ein bisschen schwimmen oder sowas oder alles mal angeguckt und dann waren wir eigentlich den Rest des Tages in der Sauna. Ja, für mich sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, das hätte ich Mia, also sie war jetzt nicht enttäuscht davon, sie mag Sauna auch, aber ich hätte einfach die Erwartungshaltung da besser beeinflussen sollen. Aber im Endeffekt war es trotzdem ein super schöner, super entspannter Tag und so ab und zu mal einen Tag in der Terme. Das muss auch einfach sein. Das Einzige, was es noch besser gemacht hätte, wäre so eine kleine Viral One im Gepäck und noch ein Köpfchen zwischendrin. So, weißt du, erst irgendwie den Minzaufguss gemacht und dann so ein schön traueres Minzeköpfchen draußen. Noch kurz ins Eisbad, dann auf die Liege, schön in den Bademantel eingewickelt und dann so ein traueres Minzeköpfchen. Ja, auf die Liege nach der Sauna? Why not? Ich würde es feiern. Kannst du die Kohle noch mit in die Sauna nehmen und die Kohle auf den Saunastein anmachen? Ich glaube, ich mache auch mal wieder Sauna. Da habe ich Bock drauf. Ich habe auch Bock. Ja, werde ich auf jeden Fall demnächst häufiger machen. Ich habe gesehen, es gibt auch noch ein paar wirkliche Saunas, die gar nicht so weit weg sind. Allerdings bin ich mir nicht sicher. Ich habe mal gehört, dass in dieser Gegend ein Puff sein soll. Jetzt weiß ich nicht, ob das eine Sauna ist oder ob das so ein Sauna-Ding ist. Weil auf so ein Sauna-Ding habe ich keinen Bock. Ich weiß es nicht. So eine Sauna in der Nähe wäre cool, aber ich habe da zu viel Angst vor. Nicht, dass ich da reinlaufe und auf einmal lande es in irgendeiner komischen Orgie oder so. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Ja, aber Sauna war auf jeden Fall sehr nice. Also Toskana-Therme war ich früher schon oft und ist Killer. Wenn ihr noch andere geile Empfehlungen für Killer-Sauna habt, schreibt mir gerne mal. So Großraum Frankfurt sollte es schon sein. Also viel weiter als Bad Orb würde ich jetzt nicht fahren wollen. Ich sage mal so eine Stunde rund um Frankfurt. Das wäre fein für mich. Die Rhein-Main-Therme heißt sie, glaube ich. Da waren wir. Das ist Kacke. Was? Fand ich gar nicht geil. War das die Rhein-Main? Ich glaube Rhein-Main. Ich fand die ganz gut, ja. Fand die nicht gut. Wenn es die ist, an die ich denke, fand ich die nicht gut. War das die, die auch noch ein relativ großes Spaßbad hat? Nee. Nee? Dann verwechsel ich es vielleicht auch. Oder ich. Oder du. Rhein-Main-Therme habe ich gerade nur im Hinterkopf gehabt. Kann auch sein, dass die Anastis. Ja. We will never know. Taunus-Therme habe ich noch gesehen. Die war noch ganz gut bewertet. Die. Die? Ja. Ja. Die so ein bisschen asiatisch-japanisch ist. Ja, genau. Das ist die Taunus-Therme, ja. Dann meine ich die. Die ist gut. Die habe ich auch noch gesehen online. Und dann haben wir überlegt, fahren wir dahin oder dahin. Und ich wusste halt, Toskana-Therme kenne ich auswendig. Weiß ich, dass ich es mag. Lass einfach dahin. Dann haben wir garantiert einen nicen Tag. Hat sich sogar gereimt. Ja, das war auch sehr nice. Und ich merke schon, ich arbeite viel an meinem Well-Being. Wir waren nämlich auch noch in Frankfurt bei Coco-Matte. Oder Coco-Matte. Ich weiß es nicht genau. Coco-Matte. Die Öko-Kissen. Die Öko-Kissen, genau. Wir haben neue Kopfkissen gesucht. Das ist so ein Punkt. Ich weiß nicht, ob das bei dir genauso ist. Aber ich merke das. Ich mache mir da von mir aus sehr wenig Gedanken drüber. Das ist halt mein Kopfkissen. Das war schon immer mein Kopfkissen. Also, das ist jetzt auch keine 29 Jahre altes Kopfkissen. Aber das ist, keine Ahnung. Dann sagt Oma irgendwann, hier ist ein neues Kissen. Dann nimmst du halt das Kissen. Genau. Fertig. Mehr Gedanken habe ich mir da nie drüber gemacht. Aber ich finde, in dem Moment, wo so eine Frau in dein Leben kommt, stellt dir ein bisschen was sehr positiv auf den Kopf. Weil auf einmal macht sich die Frau Gedanken über Themen, die, oder es muss nicht mal Frau sein, aber es kommt eine andere Person in dein Leben, die dich natürlich beeinflusst mit Dingen, die dieser Person wichtig sind, die du vorher gar nicht als wichtig eingestuft hättest, aber die Person dich dann eben dazu verleitet, das zu ändern, anzupassen, wie auch immer. Und im Endeffekt merkst du, ey, das tut mir tatsächlich ziemlich gut. Okay. Und so war es nämlich bei uns mit den Kissen, weil mich jetzt nie gejuckt, das ist halt mein Kissen so, keine Ahnung, lege ich Kopf drauf, schlafe ich ein. Fertig, ne? Sehe ich auch so. Und mir war dann so, die Kissen sind nicht so geil, können wir uns nicht neue Kissen holen? Und dann habe ich gesagt, von mir aus. Und im Endeffekt merke ich, es ist auch eine gute Entscheidung, dass wir da neue Kissen geholt haben, weil Schlafkomfort ist auf jeden Fall besser. Ja? Ja. Und diese Kokomat-Kissen finde ich wirklich killer. Das sind ja so komische Öko-Kissen. Wie viel hast du dafür bezahlt? Weniger, als ich gedacht hätte. Also wir sind da reingekommen, haben erstmal irgendwie hier so einen schönen, griechischen, also es ist eine griechische Marke, haben erstmal einen Tee bekommen. Das heißt eigentlich schon, dass es teuer wird. Ja, pass auf. Haben wir einen Tee bekommen, der Laden sieht sehr schön aus, der Laden ist mitten in Frankfurt und dann war ich schon so, was muss ich jetzt hinlegen für fucking Kissen? Und dann gehen wir so hoch und dann kannst du die Kissen auch ausprobieren. Also die haben dann so, die geben dir immer so einen frischen Bezug, das ist dann dein Testbezug, dann kannst du den da drüber machen, kannst dann die Kissen testen und dann hatte die Verkäuferin der Mia erst hier irgendwie das Premium-Therapie-Kissen-Schieß-mich-tot-gegeben und dann legst du Mia da so drauf und meint so, hm, ja, ist okay, aber gibt's nicht noch andere? Und dann hab ich zwischendrin mal gefragt, was das kostet und dieses Kissen kostet 250 Euro. Bitte was? 250 Euro. Und dann war ich schon so, Mia, viel Spaß. Ich bin aber weg. Ich bin bei Magis oder so. Wir sehen uns später. Und die Kissen, die wir geholt haben, waren aber zum Glück deutlich günstiger. Also ich glaub, meins hat 70 gekostet und mir, es hat knapp 50 gekostet. Ich weiß auch nicht, was der Preis für normale Kissen sind. Keine Ahnung, aber ich glaub, wenn du bei Ikea so ein normales Kissen holst, bist du wahrscheinlich auch schon bei 30 Euro oder so. Also ein Zwanni drauflegen für ein wirklich gescheites Kissen. Ich sag mal so, auf der anderen Seite bin ich eh so bei Schlafkomfort. Schlaf ist so fucking wichtig. Wenn du nicht gut schläfst, fühlst du dich den ganzen Tag nur scheiße. Ja, sprich. Und dann einmal einen Zwanni ausgeben für ein Kissen, was dir Jahre hält, ist schon okay. Ja. Ja, da war ich dann auf jeden Fall ganz happy. Die erste Nacht war tatsächlich nicht gut, weil du natürlich, also ich hab mir so ein Kissen ausgesucht, das extra so eine Supportfläche hat mit dann so, wie soll ich das sagen, da ist so eine Fläche, da soll dein Kopf drauf. Und die ist nochmal so ein bisschen extra gepolstert. Und drumherum ist eine etwas höhere Polsterung, was dafür sorgen soll, dass sein Kopf eben schön stabil in der Mitte vom Kissen liegt. Und ich war das aber gewohnt, anders zu schlafen mit meinem Kissen. Also ich hab immer so den Arm unterm Kopf sozusagen, Kissen dazwischen und dann Kopf drauf. Und das hat dann halt nicht mehr so funktioniert, wie ich das gewohnt war. Und das war in der ersten Nacht natürlich sehr komisch, aber mittlerweile hab ich mich krass an das Kissen gewöhnt. Und wär's jetzt weg, wär's wahrscheinlich erstmal ziemlich kacke. Ich würd mich auch bestimmt wieder an ein anderes Kissen gewöhnen. Also ich flieg jetzt nicht in den Urlaub und nehm mein Kissen mit oder so. Aber das ist schon... Ich bin auch so Fraktion, Hand drunter, Kopf drauf und Kissen schutzen rein. Ja, so ist auch meine Schlafposition. Ja, schön, dass wir auch das mal in einem Shisha-Cast klären konnten. Um auch ein bisschen wieder zu den Shisha-Themen zurück. Ne, wir machen erst noch Thema 22 und dann kommen wir zu den anderen zwei, weil dann können wir uns schon wieder so aufs Shisha-Thema einfinden. Ja gut, da kannst du grad wieder weitermachen. Da bin ich auch nicht drin. Ja, bei den anderen auch nicht. Stimmt. Ja, also ich geh da mal essen, ne? Ja, bestell schon mal was zu essen, brauch schon mal zwei Köpfchen, ich mach das hier. Machst das mal, ja. Genau, Thema Nummer eins. NFL hat endlich wieder angefangen. Wuhu! Ne, also an alle anderen, die auch gerne NFL gucken. Nice, endlich ist es wieder soweit. Mein einziges Problem ist, dass ich sonntags immer stream. Fängt das nicht später erst an? Ne, es gibt die ersten Spiele manchmal so um 18 Uhr, aber dann gibt's ja auch meistens nochmal Spiele, die um 22 Uhr starten. Manchmal auch erst um 2 Uhr nachts, aber ich kann mich nicht um 2 Uhr hinsetzen und dann vier Stunden Football gucken. Kannst du schon? Ne, ich nicht. Du mit deinem Schlafrhythmus wahrscheinlich schon, aber ich nicht. Ja. Also ich geh ja wirklich nicht früh ins Bett, immer so zwischen 2 und 3, aber wenn ich um 2 dann noch anfange, Football zu gucken, dann ist auch irgendwann Ende. Ja, und F1-Rennen war gestern sehr spannend. Wir hatten... Hab ich gesehen und gehört, also gesehen in Storys und gehört und du hast mir ja vorhin den einen Ausschnitt gezeigt, aber F1 bin ich auch überhaupt nicht dran. Der Ausschnitt war der Crash von Hamilton und Verstappen. Ich will da nicht wieder anfangen und über die Schuld von wem auch immer von den beiden diskutieren. Die FIA hat entschieden, dass der Verstappen schuld war und dann ist das so, da kann man noch nichts dran machen, das ist halt einfach die Entscheidung, Punkt, fertig. Aber das Witzige ist, dass die McLarens einfach einen Doppelsieg eingefahren haben. Das war sehr krass. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Riccardo hat gewonnen, hat dann schön wieder sein Champagner oben auf der Tribüne dann aus seinem Schuh getrunken. Das ist so sein Ding. Der zieht ja immer seinen Schuh aus, gibt so ein bisschen Champagner in den Schuh und dann müssen alle aus dem Schuh Champagner trinken, in denen er anderthalb Stunden schön reingeschwitzt hat. Ich würde gerade sagen, geil. Ja. Die Leute haben auch sehr, wie soll ich sagen, schmerzverzerrt geguckt in dem Moment, als sie da draus trinken mussten. Aber das ist halt so sein Ding. Schuhi, das ist halt einfach so. Ja, und um wieder den Bogen zu spannen zum Shisha-Thema, ich war zu Besuch bei den Hooker-Bras. Und zwar haben die Hooker-Bras ja die limitierte, Prototyp, einzigartige Aeon aus dem Charity-Stream ersteigert. Und da haben wir gesagt, ey, wenn wir es schaffen, dann kommen Moe, René und ich vorbei und bringen die Pfeife vorbei. Und das haben wir tatsächlich letztes oder vorletztes Wochenende, eins von beiden, haben wir das tatsächlich geschafft. Und dann sind wir zum guten Stefan, übrigens sehr netter Kerl, sehr krasse Pfeifensammlung. Wirklich sehr viele schöne Pfeifen da, sehr viele Köpfe, guter Tabak. Ich habe ein Köpfchen Must Have Black Currant rauchen dürfen. Oh. Ja, sehr, sehr heftig. Stefan, falls du das hörst, danke nochmal. Wie war der? Ich liebe den. Ja, weil ich kriege den ja mitgebracht von meinen Kollegen. Und deswegen, ich bin hart gespannt, weil er hat mir so eine Liste geschickt und ich habe gesagt, Black Currant, da habe ich mega Bock drauf. Also ich bin da sehr großer Fan von. Ja, und es war letzt, also nicht dieses Wochenende, sondern das davor, weil dieses Wochenende, wir waren, was war denn das? Samstag war das, glaube ich. Und da saßen Mia und ich so daheim und haben so, ah, was machen wir heute noch? Und ich so, ey, wir könnten mal Kinga fragen und ihren Freund, ob die vorbeikommen wollen. Und dann habe ich dir so geschrieben. Und dann hat sie irgendwie literally fünf Minuten später geschrieben, jo, sind in einer Stunde da, bis gleich. Und ich so, okay, wenn ihr so spontan seid, geil, ne? Ja, und dann ist Kinga mit Simon rumgekommen. Hast du eine Stunde entfernt, oder was? Bisschen mehr. Ja, okay. Bisschen mehr. Aber die waren dann echt schnell da. Also ich dachte so, manchmal schreibt man ja Leuten bei so ultraspontanen Aktionen und erwartet schon gar nicht, dass die können. Und dann kam halt dieses ... Ich steige denn, dass eine Antwort kommt oder sonst was. Ja, oder so zwei Stunden später. Ja, genau. Sorry, wir sind heute schon verplant, ne? So, keine Ahnung, wenn du jemandem Samstag schreibst. Die meisten Leute haben ja dann schon was vor. Ja. Ja, die sind aber einfach vorbeigekommen. Dann haben wir schön Köpfchen geraucht. Bubble Tea getrunken. Bubble Tea getrunken. Bubble Tea wollte ich als letztes sagen, weil wir haben dann erst Formel 1 nebenbei angehabt, Sprintrennen am Samstag. Und dann haben wir noch ein bisschen Mario Kart gezockt. Und dann noch eine Runde Mario 3D World. Und dann sind wir noch ein Bubble Tea trinken gegangen. Ja. Und dann sind Mia und ich heim. Eigentlich wollte ich abends noch in so Mera. Aber nachdem die zwei dann weg sind und wir dann sozusagen den ganzen Tag ... Also, wir waren ja nicht krass unterwegs oder so, aber manchmal ist man dann auch einfach froh, wenn man ruhig auf der Couch liegt. Ja, vor allem, ich finde, vor allem, wenn du halt was am Tag gemacht hast und dich dann einmal auf die Couch setzt, dann hast du auch gar keinen Bock mehr aufzustehen. Also, es ist voll oft bei uns so zu sagen, so, ja, könnt ihr eigentlich heute Abend zum Mera gehen? Dann sitzen wir zu Hause. Und dann ist es vorbei. Ja, und dann so, eigentlich können wir auch einfach hier auch ein Köpfchen drauf. Eigentlich sitze ich gerade in meiner arschangepassten Kuhle extrem komfortabel. So könnte man es beschreiben, ja. So. So? So. So. Auch noch zwischendrin jetzt immer so. So ist das. Special-Thema, Alex. Ach ja. Die 25-Kramm-Verordnung vom Bundesfinanzministerium beschlossen. Durchgewunken im August. Sie war schon angedacht im April, weil viele ja sagen, hier lass noch eine Petition oder sonst irgendwas starten. Das hätte man im April anstoßen können, anstoßen müssen. Um es nochmal ganz deutlich zu sagen, jetzt noch eine Petition verändert nichts und ist komplett irrelevant. alle Leute, die sagen, ja, aber lass doch trotzdem probieren. Es funktioniert nichts. Wenn es eine Option wäre, dann würden wir alles dafür geben, dass es funktioniert. Aber das ist vorbei. Ja, das ist halt seit August ist es durchgewunken. Damit ist das Thema durch. Neue Regelung ist, dass Tabak ab dem 1.7.2022 nur noch in maximal 25 Gramm Päckchen vertrieben werden darf oder hergestellt werden darf. Der Abverkauf ist noch legitim, soweit ich weiß. Genau. Ist das ganz sicher? Ja. Ja? Ja. Okay, gut. Ja, weil es war ja auch das Thema bei TBD2, wo eigentlich der Drei-Jahres-Zeitraum vorgegeben war, wo er angemeint hat, ja, Abverkauf geht noch. Nein, ging nicht mehr. Deswegen, da war ich mir nicht ganz sicher, ob das noch regelkonform ist. Aber, ja, ist halt, ich bin sehr, sagen wir es mal so, ich bin sehr, sehr gespannt, was sich die Hersteller einfallen lassen, da für Lösungen zu finden. Ja, also man muss, um noch ein bisschen den Bogen zu spannen, bevor du durchziehst, man muss dazu sagen, dass erstmal natürlich so eine Welle von absoluter Frustration und Panik durch die Menge ging. Und auch bei mir, muss ich ganz ehrlich sein, also ich hatte auch erstmal so, holy shit, RIP. Aber, ja, vor TBD haben wir auch schon gedacht, der Shisha-Markt geht unter und im Endeffekt hat sich nichts geändert und ist genauso weitergewachsen und alles cool. Und ich denke, auch da werden sich bestimmt gute Lösungen einfallen gelassen werden. Ich weiß nicht. Ist das richtig so? Eingefallen lassen werden? Eingefallen gelassen? Nee. Eingefallt. Eingefallt werden lassen. Die Hersteller werden sich was einfallen lassen. Richtig. Das, was er sagt. Ja, das Ding ist, aus der Sicht des, alleine aus der Sicht des Bundesfinanzministeriums verstehe ich die Verordnung komplett. Was? Nee, wenn man nur die Sicht vom, nicht von allgemein, vom Bund, sondern wirklich nur von dem Ministerium, vom Finanzministerium hat. Und die Sicht ist? Dass es halt einfach leichter zu besteuern ist. Mit dem illegalen Tabakhandel, finde ich, hat das gar nichts zu tun. Das ist einfach schwachsinnig, was da aufgeführt wurde. Du solltest vielleicht gerade, bevor wir das ausdiskutieren, nochmal die Bewegpunkte, die das, den Bund und das Finanzministerium dazu bewegt haben, die 25-Gramm-Verordnung durchzuballern. Was soll das überhaupt? Was soll das bringen? Weil also, auch wenn man es vermuten könnte, in der Regel sind die meisten Sachen ja nicht vollkommen sinnlos, sondern sollten zumindest ein Ziel erfüllen. Ja, also eigentlicher Sinn war ja die einfachere Besteuerung von Wasserpfeifentabak, gerade im Zusammenhang mit den Steuererhöhungen, die jetzt kommen, dass das einfach leichter gestaffelt werden kann und der illegale Handel von Wasserpfeifentabak soll damit auch unterbunden werden. Genau, das zweite Thema, finde ich, geht völlig damit vorbei, weil es wird sich ein neuer Schwarzmarkt eröffnen, gerade was... Beziehungsweise der existierende Schwarzmarkt wieder gestärkt werden. Genau, was gerade so mit den ausländischen Sachen zu tun hat, dass du da guckst, wie du am besten vielleicht, was heißt vielleicht, du wirst auf jeden Fall billiger im Ausland bestellen können, als du dann hier ein 50-Gramm-Päckchen auf das... Nicht nur im Ausland, illegal in Deutschland. Ja, oder beides. Also, um das nochmal zu wiederholen, weil ich glaube, viele von unseren Zuhörern, Zuschauern und alle sind wahrscheinlich zu jung, um das mitbekommen zu haben. Also, ich denke, der Großteil von der Shisha-Szene ist in den letzten drei bis vielleicht fünf Jahren entstanden, aber ich bin ja schon ein bisschen länger dabei. Und zwar, ich weiß gar nicht, ich glaube 2014, 2013, da gab es noch ein Tabakgesetz, die Fünf-Prozent-Regelung. Da dürfte Tabak in Deutschland nicht mehr als fünf Prozent Feuchtigkeit enthalten. Das war auch ein sehr sinnvolles Gesetz, weil man verhindern wollte, dass Zigarren und Zigaretten mit Wasser sozusagen gestreckt werden, weil das ja natürlich auch was wiegt. Und wenn du dann, ich weiß nicht, wie viel Gramm sind denn in einer Zigarettenpackung? Auch keine Ahnung, sagen wir mal 50 Gramm oder so. In einer Zigarettenpackung? Also, ich gehe mal eher davon aus, dass in einer Zigarettenpackung auch 20 bis 25 Gramm sind, dass die... Ist ja auch egal. Gehen wir mal von 100 Gramm aus. Und wenn du dann fünf Prozent Feuchtigkeit hast und ein Milliliter Wasser wiegt ein Gramm, also ein Liter Wasser wiegt tausend Gramm, ein Liter Wasser ein Kilo, so ist das. So, und wenn du von 100 Milliliter Zigaretten, wenn da fünf Prozent Feuchtigkeit drin ist, dann sind es fünf Gramm. Sondern hat der Hersteller schon nur noch 95 Gramm für die Zigaretten ausgegeben. Würde der jetzt sagen, ja dann machen wir die halt einfach feuchter auf 15 Gramm, dann haben die sich schon wieder nochmal zehn Gramm mehr gespart. Und wenn du das auf Millionen von Zigarettenpackungen beziehst, könnten die dadurch Geld sparen ohne Ende. Dasselbe gilt auch für Zigarren. Und da hat der Staat eben gesagt, das wollen wir nicht, deswegen Tabak darf nicht mehr als fünf Prozent Feuchtigkeit enthalten. Und für Zigaretten und Zigarren war das auch sehr, sehr sinnvoll. Das einzige Problem war, dass Wasserpfeifentabak in Deutschland zu neu war und eben keine gesonderte Regelung hatte, weil für Wasserpfeifentabak, wir wollen ja, dass der feucht ist. Wir wollen auch nicht, dass am Dosenboden noch Molasse schwimmt, aber es sollten schon mehr als fünf Prozent sein, weil das kannst du nicht rauchen, das bringt nichts. Und da hat sich damals in Deutschland eben auch ein extrem starker, großer und gut organisierter Schwarzmarkt gebildet. Also ein Bekannter von mir, nicht ich, ein Bekannter, der hat damals auch über irgendwelche Facebook-Gruppen da kiloweise allfacher bestellt, weil du konntest zwar in den Shop gehen und es war auch nicht so, dass man gesagt hat, okay, du sparst dadurch einen Haufen Geld, was in Zukunft auch der Fall sein könnte. Es ging nicht um das Geld sparen, es ging einfach nur darum, Tabak zu haben, den man überhaupt rauchen und genießen kann. Aber das meinte ich auch vorhin mit dem ausländischen Markt, weil ich von Bekannten viel mitbekommen habe, die auch schon früher in der Szene waren, die dann wirklich präferiert in die Nachbarländer gefahren sind, um sich da fünf bis zehn Kilo Tabak zu kaufen in den Shops. Aber da ist das Problem, dass der auch viel teurer geworden ist im Ausland. In Frankreich kostet ein Kilo 280 Euro, wenn du offiziell was bekommst. Aber heutzutage ist es halt auch keine gute Alternative. Holland kostet ein Kilo über 200 Euro, in Frankreich kostet ein Kilo über 200 Euro, in Österreich und der Schweiz gibt es nicht mal Kilodosen, soweit ich weiß. Da kannst du ja 200 Gramm in Österreich für, weiß nicht, 25 Euro aufwärts kaufen. In der Schweiz kannst du die für, weiß nicht, 40 Schweizer Franken kaufen. Und auch Tschechien ist nicht günstiger. Also ich habe mir 100 Gramm Element in Tschechien geholt für 27 Euro. Ich meine klar, das war auch russischer Tabak. Wahrscheinlich gibt es da auch was günstigeres. Aber wenn du das mal auf 200 Gramm rechnest und dann den normalen Aufschlag abziehst oder so, dann wirst du da trotzdem für eine 200 Gramm Dose irgendwie 20 bis 30 Euro bezahlen. So, also das lohnt sich dann auch nicht wirklich. Vor allem, wenn du halt die Fahrzeit und Kosten mit einrechnest. Wenn du nicht gerade direkt an der Grenze wohnst, dann wird es keine Option sein. Und wenn du es dann wirklich legal halten willst, darfst du ja nicht mal mehr als ein Kilo pro Person mit zurücknehmen. Fahr mal für jedes Kilo 500 Kilometer nach Prag. Nee. Also es ist komplett sinnlos. Das heißt, die Option, das aus den umliegenden Ländern zu holen, ist Bullshit. Für jetzt ist es Bullshit, ja. Ja, aber auf jeden Fall das Ding, was ich gerade angesprochen habe, das ist halt so, mal aus der Sichtweise außerhalb unserer Bubble, ist es halt für, die sagen halt, ja gut, ist für uns halt einheitlich und leichter zu sagen, okay, wir klatschen da halt die Steuer drauf und haben dann eine einheitliche Steuererhöhung. Dass du halt nicht mehr sagen kannst, okay, wir haben hier 100 Gramm, 125 Gramm, 150, 200, 250 etc. Sondern die sagen, okay, wir machen das für uns einfach leichter. Und aus der Sichtweise verstehe ich das. Für uns ist das einfach scheiße. Aber guck mal, im Grunde, wie läuft das denn ab bei Tabak? Ein Tabakhersteller stellt Tabak her und versiegelt das Ganze dann mit einer Steuerbanderole. Und diese Steuerbanderole muss er denn eben für den Betrag, der zu versteuern ist, beim Finanzamt oder so, ich weiß nicht, wo die das kaufen, aber die kaufen das dann irgendwo bei einer öffentlichen Institution und sagen dann, ich möchte meinen Tabak final für 17,90 Euro verkaufen. Und dann müssen die, ich weiß nicht, wie viel Steuer da draußen, 6 Euro oder so auf eine Dose, dann müssen die eben für 6 Euro die 7,90 Euro Steuerbanderole kaufen. Und in dem Moment haben die schon die Steuer abgegolten. So, und toll, dann haben die halt für jeden Euro-Schritt mal eine Steuerbanderole da rumliegen und die können das bestellen und dann gibt es nur noch 25-Gramm-Dinger. Dann sitzt da trotzdem der Mitarbeiter, der das verpacken muss, verschicken muss, die Buchhaltung, die ganze Firma, die das halt verwaltet. Also, im Endeffekt, die Arbeit, die die sich da sparen, die ist nicht viel. Die haben dann halt nur noch eine Position, die sie verkaufen. Wobei nicht mal das, weil auch die Firma, es geht ja bis zu 25 Gramm. Das heißt, es kann ja auch sein, dass der eine Hersteller 15 macht, der andere macht 20, der eine macht 23. Die offizielle Aussage war ja bis 25 für eine Portion, was halt auch, müssen wir nicht drüber reden, ist halt dumm. Ja, kannst du nie so festlegen. Aber das zeigt einfach nur, weswegen ich auch den Punkt angesprochen habe, dass ich aus meiner Sichtweise denke, dass das für die Sinn gemacht hat, dass die halt auch so was sagen wie, das ist eine Portionskrise. Die haben sich mit dem Thema nicht beschäftigt. Die sagen halt einfach nur, ja, wir machen das, 25 Gramm sind bestimmt eine Portion, dann machen wir das so. Aber findest du, also du sagst, das macht Sinn, dass man es einheitlich versteuern kann? Nee, ich sag nicht, dass das für mich Sinn macht. Ja. Ich versuche nur nachzuvollziehen, wie dieser, wie der Beschluss zustande gekommen ist. Aber wenn ich dir jetzt dann sage, dass die Hersteller trotzdem verschiedene Preise nehmen müssen und verschiedene Größen machen werden, dann haben die ja trotzdem genau denselben Aufwand. Der einzige Unterschied ist, dass wir nicht mehr 16,90 Euro und 22 Euro haben, sondern dann eben von 4 Euro oder 3,50 Euro reden. Aber der Aufwand ist doch genau derselbe, nur dass die Portionsgrößen viel kleiner sind. Aber wie willst du es dir sonst herleiten? Also ich... Ich kann es mir nicht herleiten, das ist ja genau mein Punkt. Ich finde, dieser Beschluss macht in jeglicher Zielrichtung, wie die das auslegen, absolut keinen Sinn. Aber ich habe einfach versucht, mir das irgendwie herzuleiten, wie das aus deren Sicht Sinn macht, weil irgendwas müssen sie sich dabei gedacht haben. Also irgendein... Weil der Bruder das neues, unnötiges Gesetz rauszubringen. Ja, nee, aber verstehst du, was ich meine? Also in meiner Welt haben die irgendeine Idee gehabt oder irgendeinen Kerngedanken wenigstens, weshalb die gesagt haben, das macht für uns so Sinn. Und das wäre die einzige Herangehensweise, wo ich sage, okay, das ist der Punkt, dass man sagt, okay, man macht es auf Portionsgrößen, auch wegen illegalen Handel von mir aus, was trotzdem keinen Sinn macht, und halt für die leichtere Steuerung. Aber anders kann ich mir das nicht herleiten. Also ich kann es mir gar nicht herleiten. Das ist genau der belastende Punkt für mich. Ja, aber das war halt so der Gedanke, außerhalb der Bubble Mart zu überlegen, warum kommt man auf diese Idee? Okay, sagen wir mal, die wollten die leichtere Besteuerung. Können wir den Wind aus dem Segel nehmen, indem wir sagen, es wird trotzdem noch verschiedene Portionsgrößen geben, weil ihr gesagt habt, bis zu 25 Gramm und nicht nur 25 Gramm. Und ihr habt trotzdem genau denselben Aufwand mit verschiedenen Steuerbanden holen, weil die Preise auch mit 25 Gramm nicht die gleichen wären. Das heißt, wie viel Arbeit wird gespart? Null. So. Also dieses Argument haben wir sozusagen jetzt einfach widerlegt. Und bis wir da andere Argumente kriegen, warum das geil sein soll, ist das durch. Es gibt auch noch das andere Argument, und das ist, dass es schon länger die Regelung in Bars gibt, dass man eben nur 20-Gramm-Päckchen haben darf. Alle Leute, die in Shisha-Bars gehen, wissen, da hält sich eigentlich niemand dran. Für uns ist das im Endeffekt gut. Weil es schwachsinnig ist. Es ist auch schwachsinnig, aber... Ja, tut mir leid, ja. Lass mal weitermachen. Also. In Shisha-Bars wurde es so geregelt, dass du eben die 20 Gramm bei der Bar erwerben musst. Also du kaufst den Tabak, und du mietest die Leistung, oder du bezahlst die Dienstleistung, dass dir jemand mit deinem gekauften Tabak, der dein Eigentum ist, dir ein Köpfchen zubereitet wird, auf einer Pfeife von der Bar. Ja, so ist der Gedanke. Das hat natürlich keine Bar gemacht, weil es auch komplett für den Arsch war. Die haben sich weiterhin 200 Gramm und Kilodosen gekauft, wenn überhaupt. Auch da gibt es schon viele Schwarzmarktbeispiele. Ja, vor allem das Ding ist halt auch, guck mal, du hast die 20-Gramm-Päckchen. Davon benutzt du, lass es 10 bis 15 Gramm in einem KS-Abbau sein. Dann hast du theoretisch noch 5 Gramm Tabak, den du gekauft hast, und bezahlst... Kannst du dann aufheben. Ja, aber du hast dann einen viel zu hohen Preis bezahlt, wenn du die Einzelrechnung machst zwischen ich kaufe mir 20 Gramm Tabak, ich miete die Pfeife und ich bezahle Dienstleistung, beziehungsweise ich bezahle noch dafür, dass ich hier sein darf, Dienstleistung, etc. Ja. Einen Gesamtpreis kannst du da theoretisch rechnen, wenn du das wirklich so machen würdest, kannst du 20 Euro aufwärts rechnen. Ja. Dass die Bar damit auch Gewinn macht. Aber um den zielgerichteten Gedanken von der lieben Bundesregierung weiter zu spinnen, die haben dann eben gesagt, fickt euch, das finden wir scheiße, das heißt, wir ändern jetzt irgendein Gesetz, damit ihr das nicht mehr umgehen könnt und bringen dann jetzt eben die 25 Gramm Regelung, weil der Gedanke ist, ein einziger Meisterstreich, wenn es nicht mehr als 25 Gramm gibt, dann könnt ihr auch nicht mehr als 25 Gramm kaufen. Ha. Außer es gibt halt den Schwarzmarkt. Und den gibt es. Und den wird es weiter und viel stärker als bisher geben. Ich würde gerade sagen, den gibt es jetzt schon, der wird einfach noch viel weiter wachsen. Der wird einfach wieder wachsen und gedeihen. Ja. So, und dann haben wir also A, das Argument mit der einfachen Versteuerung ist für den Arsch. B, das Argument, dass die Shisha-Bars dann ordentlich arbeiten, ist auch weg. Und C, das ist der allerwichtigste Punkt, diese Gesetzesänderung wird nur dafür sorgen, dass sowohl in Bars als auch in privaten Haushalten noch viel, viel ungesetzestreuer gehandelt werden muss. Also, nicht muss, ich würde jetzt nicht sagen, jeder muss das machen, aber nach meiner Theorie wird es einfach nur den Schwarzmarkt stärken und auch noch scheiße viel Müll dazu produzieren. Ja, und weniger Steuereinnahmen für den Staat. Genau. Kommt auch dazu. Das heißt, die schneiden sich ins eigene Fleisch. Sagt man das so? Sagt man so, ja. Sagt man so. Sag ich so auf jeden Fall. Sagt man so. Wir auch, ja. Also, die machen sich das einfach selbst kaputt. Ja. Das ist einfach, es ist, es wird kein Ziel begünstigen, das wünschenswert wäre, sondern nur alles weiter kaputt machen. Und das verstehe ich. Existenzen bedrohen? Ich meine, ich weiß nicht, ob es bei uns Bloggern, also klar, die Shisha-Szene würde dann wahrscheinlich weniger krass wachsen, aber die Größe von der Shisha-Szene ist ja jetzt auch eigentlich wunderbar. Aber auch Shops und so. Also Shops und Bars und, also da sind ja mittlerweile 10.000 Existenzen dran geknüpft. Das Ding ist halt auch, was ich nicht verstehe, die Einwürfe von Alfacher zum Beispiel, die sind nochmal von hinten aufrollend. Zum Referentenentwurf. Genau, okay, erzähl's. Also, April, Referentenentwurf wird rausgegeben. Das heißt, das ist so der grobe Plan gewesen, wie das Ganze ins deutsche Gesetz übernommen werden sollte. Also, wie entsteht eine Verordnung? Als erstes gibt es einen Referentenentwurf, in dem kurz festgehalten wird, welche Ziele es gibt und welche Alternativen es gibt. Da stand übrigens im Referentenentwurf keine. Ich wollte gerade sagen, da stand ja gar nichts dran. Nee, da stand literally Alternativen keine. Ernsthaft? Ja, wirklich. Literally, so stand es drin. Alternativen keine. Oh, schön. Genau so stand es da drin. Alternativen keine. Und ich dachte mir so, seid ihr eigentlich, wer hat euch, also, wieso verdient ihr 7.000 Euro im Monat mit minimalen Abgaben und maximaler Rentenversicherung, also maximaler Pensionsvorsorge und kriegt nichts auf die Kette. Was soll ich dir dazu sagen? Es ist halt auf jeden Fall Referentenentwurf, welcher dann auch ausdiskutiert werden könnte. Und dann gibt es aber die Möglichkeit, dass dann, wie hieß das offiziell, weißt du das noch? Stellungnahmen. Stellungnahmen dazu abgegeben werden können. Dabei waren unter anderem Alfacher. Wer war noch dabei? Hast du noch am Schirm? Die European Shisha Community Alliance, die ESCA. Okay. Und dann gab es auch noch mehrere Tabakanbauerverbände, die da auch noch was, ich glaube, wir hatten 5 oder 6 Stellungnahmen von etablierten Vereinen, Associations oder Herstellern, die eben ganz klar das aufgerollt haben und gesagt haben, hier, das wird Bullshit sein, was ihr da macht. Da muss was anderes gefunden werden. Es macht ja Sinn, was ihr erreichen wollt. Vor allem die Sache ist ja, die haben nicht nur gesagt, das ist scheiße, sondern die Vorschläge, die Alfacher und die Association da gebracht haben, mit der digitalen Nachverfolgung, was ja, ich meine, Deutschland digital ist halt so eine Sache. Ja, die haben kurz mal digi, 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 digital, digital. Könnt ihr das nochmal erklären, bitte? Das haben sie auf dem Faxgerät gelesen, haben sie dann wieder weggeschmissen. So auf dem PDA von vor 100 Jahren hier. Warte, ich mache kurz meine E-Mail auf, drei Minuten später, es lädt. Ja, auf jeden Fall, digitalen Nachverfolgung von Tabak, super smarte Vorschläge, die sich in der Zukunft echt gut umsetzen hätten können. War scheißegal. Ja, also das ist... Also, der Punkt ist wirklich, es kam der Referentenentwurf raus und es gab die Möglichkeit, da was zu zu sagen. Und es ist diesmal nicht daran gescheitert, dass nichts gesagt wurde. Es wurden sehr schlaue, sehr durchdachte Punkte angebracht, die da viel hätten verbessern können, an dem, was die Zielsetzung war vom Staat. Und es wurde einfach komplett drauf geschissen. Also, wirklich, der Referentenentwurf kam ja praktisch eins zu eins so in die Verordnung. Also, ob da jetzt irgendeine Stellungnahme zugekommen wäre oder nicht, war im Endeffekt scheißegal. Aber an der Stelle trotzdem noch mal Danke an alle, die da beteiligt waren und die da was zu gesagt haben. Weil das war wirklich gut, was gesagt wurde. Nur wurde halt einfach von, ich weiß nicht, wer das im Endeffekt entscheidet, der Bundestag. Ich denke mal, ja. Dann kommt so ein Referentenentwurf in den Bundestag, dann heben die alle mal die Hand und voten für ja oder nein. Man muss ja auch sagen, so ein Abgeordneter zu sein im Bundestag ist meistens ein bisschen schwerer, als man sich das allgemein so vorstellt. Die müssen so viele Entscheidungen treffen. Die lesen sich diese Referentenentwürfe gar nicht selbst durch. Die haben da weiter zehn Referenten, die sich das alles für die durchlesen und sagen die, da musst du bei ja voten, da musst du bei nein voten. Deine Partei sagt, da geht es auf ja und so weiter. Also, ich weiß nicht, der einzelne Abgeordnete zu flamen oder so. Aber man muss noch mal festhalten, die entsprechenden Instanzen sind größtenteils SPD und CDU besetzt. Ja, natürlich. Ist ja momentan Regierungspartei. Und bald sind Bundestagswahlen, Leute. Ich will das jetzt echt nicht so ins politische Thema einordnen, aber just saying so, Deutschland ist eine Demokratie, ihr könnt wählen, wen ihr wollt. Und wenn ihr sagt, also ihr solltet jetzt nicht nur wegen dem 25-Gramm-Gesetz vielleicht nicht CDU, nicht SPD wählen, aber überlegt euch und bald sind Wahlen, also alle, die über 18 sind, macht da auf jeden Fall mit. So viel sei kurz zur Politik gesagt. Allgemein kann ich mal sagen, bald sind Wahlen am 26.9., geht bitte wählen. Das könnte man vielleicht noch dazu sagen, aber ich glaube, es ist so allgemeinpolitisch oder nicht großartig abgeschüttet. Außer ihr wollt die AfD wählen, dann geht nicht wählen. Entschuldigung, das musste ich kurz sagen. Dann geht sofort weg. Dann stellt euch auf die Straße und sag, ich bin dagegen. Das bringt genauso viel. Entschuldigung, der musste noch sein. Kripp an die drei AfD-Wähler, die jetzt aus dem Podcast raus sind. Oder aus dem Stream. Das gucke ich mir jetzt nicht an, da bin ich dagegen. Scheiße. Entschuldigung. Egal, also am 26. sind die Bundestagswahlen. Wenn ihr über 18 seid und wenn ihr wahlberechtigt seid, dann geht wählen, Leute. Guckt euch an, was die machen wollen. Im Endeffekt machen wir wahrscheinlich eh nichts davon. Aber guckt euch an, was die normal machen wollen würden und geht wählen. Ja. Nee, aber das Ding mit den 25 Gramm, das ist halt einfach schwachsinnig. Ich finde, es wurde auch nicht darauf geschaut, was für eine Industrie mittlerweile dahinter steckt. Ja. Weil der kompletten Industrie wird dadurch im Stand heute geschadet werden. Safe. Also ich weiß, wie gesagt, nicht, was für Lösungen kommen werden. Ich meine, wir haben noch ein knappes Jahr bis dahin. Was wird kommen? Ich denke, ändern wird sich daran jetzt nichts mehr. Ich denke mir, das ist soweit. Ich würde es mir wünschen. Ich meine, Holster hat jetzt auch schon mehrfach in den Insta-Stories von denen gesagt, wir sind mit den Top-Anwälten Deutschlands dran und dies, das. Also die traurige Realität ist, dass ich denke, dass sich nichts mehr ändern wird. Ein kleiner Teil von mir wünscht sich aber trotzdem, dass es irgendjemand mit einer etwas größeren Mark macht als so zwei kleine Shisha-Blogger wie wir, dass sich da noch irgendwas machen lässt. Das Problem ist halt, dass das Ding schon durch ist und was dir jetzt noch übrig bleibt, ist eine Verfassungsklage und da ist die Frage, die in der Vergangenheit sehr geringe Erfolgschancen gezeigt haben. Und selbst wenn, ist die Frage, auf was du denn deine Klage stützen willst, was dann eventuell potenziell überhaupt irgendwie vor Gericht gehen könnte. Eigentlich kannst du nur irgendwie versuchen, das über Umweltaspekte oder sowas zu machen. Selbst das ist, selbst das... Kannst du mir den Kohlekopf geben? Töne, wenn ich mich da kurz raus unterbreche. Also, das mit diesen Verfassungsklagen ist halt ein leider sehr, sehr aussichtsloser Versuch. Selbst das Problem, was ich sehe bei der Umwelt, ähm, stand jetzt, ist es natürlich so, dass die, ähm, 25-Gramm-Päckchen, äh, Tabak ist ein Ding, ist in Folie eingeschweißt, das, ähm, das Päckchen, das eingeschweißte Päckchen ist in einer Papierverpackung und das Ganze ist nochmal in Plastik nochmal extra eingeschweißt. Oder Alu oder so, also auch noch Metall. Ähm, das Problem, was ich sehe mit dem Umweltaspekt, ich fand das am Anfang einen sehr, sehr starken Punkt, was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass das Ganze auf die Hersteller abgewälzt wird. Ja, wird's ja. Ja, aber deswegen, finde ich, greift der Aspekt halt einfach nicht mehr. Hä, doch, safe. Also das ist doch so, als ob ich dich einfach, weiß ich nicht, ich sag dir so, Alex, wir müssen drauf achten, dass wir ganz schnell an unser Ziel kommen, aber du musst dir auf jeden Fall die Schwimmflossen anziehen und das ist dann auch dein Bier, wie du damit klarkommst, dass du Schwimmflossen beim Kilometerlauf anhast. Musst du drauf klarkommen, musst du dir Gedanken drüber machen, denkst du so, hä, aber es wäre doch viel schlauer und die Schwimmflossen, nein, du musst die anlassen, das ist jetzt dein Bier. So, weißt du, also es ist halt, als ob du jemandem sagst, du darfst das nicht machen oder du musst das und das machen und legst ihm dann so viele Steine in den Weg, wie du nur kannst. Ja, ja, also sollte der Staat nicht dafür sorgen, dass es eben leichter wird, in einem kommerziellen Zweck auch auf Umweltschonung zu achten? Doch, natürlich sollte er das machen, aber es ist natürlich einfach für eine Stadt zu sagen, wir machen das so, wie wir wollen und ihr habt das Problem. Ja, okay, aber die werden halt nicht dafür bezahlt, da zu sitzen und zu sagen, ja, das ist aber dein Problem. Also, ich finde das Argument, der Müll ist trotzdem ein saugutes Argument, weil du kannst ja nicht sagen, ihr müsst das so klein produzieren und ihr müsst so viel mehr Müll produzieren, also, wenn du halt dein Produkt nur noch so verkaufen darfst, dann ist das ja gegeben. Ich rede von einer, ich glaube, wir reden gerade an einer vorbei, ich habe gesagt, dass die Verpackungen, dass der Staat auch sagt, ja, wir wollen nicht so viel Müll haben, aber dass, wie der Verpackungsmechanismus funktioniert, dass das abgewälzt wird, dass man sagt, okay, die Hersteller müssen anders verpacken, dass ein bestimmter Satz an Müll nicht produziert werden darf. Ja, aber, again, wenn ich dir sage, du musst den Kilometer in unter fünf Minuten laufen und dann ziehe ich dir Flossen an, ist das doch trotzdem für einen Arsch. Natürlich ist es für einen Arsch. ich verstehe, was du sagst, aber es ändert doch nichts am großen Ganzen. Also, die können doch nicht sagen, ja, ihr dürft nur noch kleine Packungen verkaufen, aber produziert bitte weniger Müll. Es funktioniert literally einfach nicht. Also, klar könnte man eine super neue, tolle Bio-Verpackung ändern, aber die wäre trotzdem noch viel effektiver, wenn du halt noch 200 oder 1000 Gramm, dann endet es halt drauf, dass nur noch 500 Gramm Packungen verkauft werden dürfen, wenn es dir darum geht. Dann sparst du Müll ohne Ende, Transport ohne Ende, also, ich weiß, was du meinst, aber es ist halt, das ist zum Beispiel auch noch ein Aspekt, wenn du 25 Gramm Päckchen verschiffen musst, dann ist da mittlerweile so viel Verpackung drumrum, dass du, wenn du ein, sagen wir mal, ein Containertabak verschiffen willst, oder, weiß ich nicht, eine Palette, eine Palette Tabak, auf eine Palette Tabak in 20 Gramm Päckchen wird so viel weniger draufpassen, als in Kilodosen und die Palette, dann müssen nicht mehr eine Palette von Holsterfabrik zu Shops gefahren werden, oder sagen wir mal, vorher hatten die 100 Paletten, die rausgegangen sind, dann müssen die jetzt vielleicht 300 Paletten, aber du schaffst ja nur, weiß ich nicht, 20 Paletten auf einen Truck, dann müssen ja dreimal so viel Trucks fahren, die dreimal so viel Sprit verbrauchen und dreimal so viel Platz auf der Straße, also vorne und hinten, egal wie ich dieses Thema angehe, es gibt immer wieder so gute Argumente, die gegen diese komplette Zielsetzung von denen sprechen, dass ich mich einfach fragen muss, wer hat sich da überhaupt Gedanken gemacht? Ich glaube, ich rede mich schon wieder komplett in Rage, ich muss runterkommen. Ich denke, das Problem ist halt auch, dass die Shisha, also das, das ist halt die Shisha-Szene ist. Das ist halt das Problem, weil, weil natürlich, die sagen halt, ja, das ist Rauchen, das ist Nikotin, das ist schädlich, uns ist eigentlich relativ egal, wie das dann gemacht wird, wir sagen, wie es läuft und so müssen sich die Hersteller daran halten. Ich denke, genau das ist der Ansatzpunkt. Die wollen, die wollen wahrscheinlich nicht mal, dass die, dass die Tabakhersteller es leicht haben, sondern die sagen, wenn du dieses Gut konsumieren willst, wenn du Tabak konsumieren willst, ist uns egal, wie ihr das macht. Uns ist nicht egal, wie ihr das macht, sondern wir sagen, wie ihr es machen müsst und wenn ihr das, wenn ihr eine gescheite Lösung findet, ist es für uns fein, aber wir haben unsere Vorgaben. Weißt du, was damit das Problem ist? Das ist an sich ein ganz guter Gedanke, aber erstens, Prohibition hat nie funktioniert. Nie. Das heißt, wenn jemandem sagt, du darfst nicht mehr rauchen, wenn der rauchen will, wird der Wege finden zu rauchen. Natürlich. Und deswegen macht es wieder einfach keinen Sinn. Also du kannst natürlich sagen, ja, in unserem perfekten, durchgeplanten Szenario funktioniert das so. In der Realität halt nicht. Prohibition wird nichts bringen, Einschränkung wird nichts bringen. Der einzig richtige Weg, meiner Meinung nach, wäre den Grenznutzenfaktor bei der Steuererhöhung zu finden. Wie viel können wir die Steuer erhöhen, dass die Leute, die unbedingt noch rauchen wollen, rauchen können und auch das legale Produkt kaufen, aber wir möglichst viele rausnehmen, die es sich nicht leisten können, aber auch nicht zu sehr den Schwarzmarkt stärken. Und das wäre der Punkt, der meiner Meinung nach gefunden werden müsste. Und genau deswegen haben wir ja auch bei der Steuererklärung, haben wir alle gesagt, so, ja, ist kacke, aber... Ist halt so. That's life, so, C'est la vie, ne? Was willst du machen? Wird dann halt teurer. Okay, dann bezahle ich halt jetzt nicht mehr 17 Euro für meinen Traubeminse, sondern halt 23 Euro. Tut eh, ihr habt mehr Steuereinnahmen und okay. Aber das ist halt der einzige Aspekt, den ich noch sehe, dass halt einfach der Bund sagt, ja, die Industrie stört uns in dem Ausmaß, dass uns das in dem Sinne einfach scheißegal ist. Also wenn das so ist, dann ist das einfach unmenschlich, weil dann hätten die es von vornherein mehr einschränken müssen und nicht jetzt, wo sich Tabakfirmen oder generell Firmen im Shisha-Bereich gerade unglaublich professionalisieren. Also ich verstehe ja, dass das denen ein Dorn im Auge ist, so weird wie im Shisha-Markt manchmal agiert wird. Aber wir sind gerade auf dem Weg der Besserung. Es gibt immer mehr Firmen, die richtig ordentlich arbeiten, die das super durchdacht machen und die jetzt dann machen zu lassen für Jahre, sich aufbauen zu lassen, sich Gedanken machen, Herz und Blut da reinstecken und dann zu sagen, jetzt kommt der Riegel davor. Ich will auch nicht, dass du mich oder hier allgemein die Zuhörer und der Chat mich falsch verstehen. Ich finde das alles all in all scheiße. Ich versuche nur, Argumente zu finden oder so Richtungswege, wie sich da Gedanken gemacht wurden. Also wegen der Diskussion. Ich weiß, dass dir das objektiv nicht gefällt, aber ich finde es sehr gut, dass wir gerade diese Rollen einnehmen. Du versuchst zu argumentieren, wie du denkst, dass sie es meinen könnten und ich dagegen argumentiere. Also so ist ja eine supergeile Diskussion. Ich wollte es nur kurz auch für die Hörer und für den Livestream kurz klarstellen. Nicht, dass die am Ende denken, dass ich das gut finde. Alex war der Referent, der den Entwurf geschrieben hat. So ein Ding war das nämlich. Ich habe das komplett durchgeprügelt. Was hier? Stellungnahme? Oh, die ist mir leider vom Schreibtisch gerutscht. Scheiße. Nee, aber... Nee, wichtiger Punkt. Du bist obviously auch dagegen. Ja. Aber das ist halt so, das sind diese Ansatzpunkte, die ich da sehe, warum das halt so gemacht wurde. wie es gemacht wurde. Und natürlich, wenn du halt in der Szene bist, erscheint dir das komplett schwachsinniger. Wenn das halt eine Szene ist, die dich halt null interessiert, die dich noch stört und ich denke mal, dass die Leute, die das Zeug geschrieben haben, haben sich auch, wenn überhaupt, oberflächlich mit der ganzen Shisha-Thematik überhaupt befasst. Wahrscheinlich hat sich da einer reingelesen und er hat das dem Kollegen erzählt und so ging das dann rum. Es fängt ja schon damit an, dass man sagt, 25 Gramm sind pauschale Portionen. Damit fängt es ja schon an, dass man sagt, okay, was ist das eigentlich? 25 Gramm könnte eine Portion sein, nehmen wir so rein. Aber, also an der, da störe ich mich eigentlich gar nicht so sehr dran. Weil 25 Gramm reicht für 90 Prozent aller Köpfe, um einen Kopf zu bauen. Aber, du kannst trotzdem ein Little bauen, da hast du ein Tabelpäckchen da auch rum. Ja, aber es gibt wenig Köpfe, wo du mehr brauchen würdest. Ja, Ja, ja klar. Also, einfache Frage, kannst du mit 25 Gramm 90 Prozent deiner Köpfe bauen? Auf jeden Fall. Nee, es geht mir darum, dass das halt pauschalisiert gesagt wurde, dass man sagt, okay, 25 Gramm sind ein Portion. Ich will damit nur aufzeigen, dass ich mit dem Thema halt nicht gründlich befasst wurde und mit der Szene einfach nicht drauf, also auf die Szene nicht eingegangen wird, sondern von oben herab gesagt wird, okay, das läuft so und so, das ist unsere Auffassung davon, deswegen schließen wir den, den Schluss daraus und sagen das halt so. Ja. Also das ist mein Gedanke an der Sache. Also da bin ich tatsächlich mal die andere Fraktion in der Diskussion und sage, die 25 Gramm finde ich okay. Wenn die sagen, wir wollen eine Portion machen, dann würde ich sagen, ist 25 Gramm gar nicht schlecht gewählt, weil die meisten Köpfe kannst du damit bauen. Du wirst trotzdem natürlich dann wieder, keine Ahnung, dann brauchst du halt einen Lit-Lib mit 15 Gramm, dann hast du 10 Gramm über, brauchst aber wieder 5. Anstatt die 10 Gramm wegzuwerfen, wirst du die nächste 25 Gramm Packung holen. Sondern dann kannst du wieder 2 Lit-Libs bauen, dann hast du wieder alles weg. Ja, es macht vorne und hinten natürlich wenig Sinn, aber wenn die halt sagen, wir müssen es auf eine Größe einschränken, dann finde ich 25 Gramm noch relativ gut. Also ich wüsste nicht, was ich für eine andere Größe hätte wählen wollen, die als einzige Größe passt. Mir ging es auch nur darum, aufzuzeigen, dass ich glaube, mit der ganzen Thematik wird sich zu wenig beschäftigt oder es wird zu wenig einmal reingesteckt, da andere Alternativen zu finden, als zu sagen, so machen wir es und so setzen wir es auch durch. Schwieriges Thema. Um das abzuschließen, siehst du Möglichkeiten, wie man das Ganze umgehen kann? Und um einen Punkt erstmal vorneweg zu nehmen, viele haben gesagt, naja, könnten wir nicht einfach zu so Lösungen wie Mix2 und Co. zurückgehen? A.k.a. wir kaufen, also erstmal Randinfo, in einer 200 Gramm Dose fertiger Rauchtabak sind meistens zwischen 10 und 15 Gramm Rottabak. Mehr ist es nicht. Der Rest ist Molasse. Das ist nicht zu wenig. Also, wenn man erstmal hört, da sind 15 Gramm Tabak drin, dann hört sich das sehr, sehr wenig an. Aber wirklich gut getrockneter Rottabak, da sind 15 Gramm deutlich mehr, als man sich das so denkt. Also, da ist schon ein bisschen was in so einer Dose. Tabak wiegt ja nichts. Genau, Tabak wiegt eben sehr, sehr wenig. Die Lösung, dass man sagt, dann macht man wieder diese zwei Komponentenlösung, funktioniert leider wahrscheinlich nur zum Teil. Das ist zum Beispiel was, was die Anwälte gerade klären könnten und herausfinden könnten. Es ist nicht ganz klar, also, das Problem ist, dass laut der neuen Tabaksteuer eben auch Ersatzprodukte unter die Tabaksteuer fallen. In der Verordnung wird aber nur von Pfeifentabak, fertigem Pfeifentabak geredet. Jetzt ist die Frage, wird das einfach noch ein bisschen angepasst und dann geht es wieder auf alles, was auf Tabaksteuer geht, weil dann ist eben auch Molasse drin. Und dann könntest du auch Molasse nur in 25 Gramm verkaufen, was dann auch wieder für ein Arsch wäre. Naja, dann kannst du dir irgendwie, weiß ich nicht, zwei Gramm Tabak und 20 Milliliter Molasse kaufen. Glückwunsch. Ja, das ist eben noch so ein bisschen die Frage im Moment. Zählt das auch oder zählt das nicht? Wenn das zählen würde, ja geil, dann macht Hukain jetzt einfach 13 Gramm und das ist nur ein Beispiel, lassen wir einfach Hukain raus. Tabakhersteller XY denkt sich, okay, dann machen wir zwei Komponentlösungen, dann verkaufen wir in einem Tütchen die 15 Gramm Grundtabak und verkaufen in einer Dose, die dann auch gleichzeitig noch groß genug ist, um alles anzumischen, verkaufen sie dann auch noch, weiß ich nicht, was brauchst du da noch, 185 Gramm Molasse. So, dann hast du wieder 200 Gramm Tabak. Das ist halt unklar. Das wäre auch so, die Lösung, die ich am ehesten sehe, gewesen. Ich weiß halt nicht, wie sich das richtig widerspiegelt mit den Ersatzprodukten dahingehend. Bleibt abzusehen, dass das Ding ist, was du halt sonst an Möglichkeiten hast, relativ begrenzt, dadurch, dass es halt das Tabaksteuerrecht betrifft. Das heißt, es geht auch nicht, dass man sagt, okay, man nimmt, keine Ahnung, wie viel, acht Päckchen, packt die zusammen, macht die billiger. Es geht halt einfach tabaksteuerrechtlich nicht. Genau, der Kleinstverkaufspreis einer Einheit Tabakprodukt darf nicht verändert werden. Das heißt, Pfandsystem, keine Option. Bundle-Päckchen mit 8 mal 20 Gramm, nee, 25, 8 mal 25 Gramm Tabak geht auch nicht. Genau, das sehe ich halt als größtes Problem, dass da die Möglichkeiten sehr, sehr gering sind. Also, Stand jetzt, weil du einfach vom Tabaksteuerrecht sehr, sehr krass gebunden bist. Das mit dem Mixtour habe ich mir noch überlegt, also mit dem Mixtour-System, dass du Tabakumlasser hast, zwei Komponenten-System, das habe ich eigentlich so am ehesten dabei gesehen, dass das eine Möglichkeit ist, das Ganze durchzuhebeln, in Anführungszeichen. Inwieweit das dann funktioniert, ist natürlich die zweite Frage. Da ist die Gesetzeslage, halt nicht ganz klar, zumindest soweit ich die verstehe, muss ich auch ehrlich sagen. Aber gibt es halt auch, das Ding ist halt, das ganze Thema ist halt wirklich alles sehr, sehr schwammig formuliert. Im Endeffekt auch letztens mit dem lieben Max telefoniert von Squeeze und Hooker Squeeze darf zum Beispiel auch wieder als Anzeige markiert werden, also du darfst das Ganze gewerblich, Du darfst paid Promotions machen. Genau, darfst paid Promotions machen, obwohl da ein Tabaksteuerk-Siegel drauf ist, einfach weil sich die beiden grundlegenden Themen unterscheiden zwischen Tabaksteuerrecht und Tabakwerbeverbot. Und wie sich das dann niederspiegelt mit der neuen Verordnung, dann könnte das ja ganz genauso sein. Wie sich das dann mit der neuen Verordnung widerspiegelt, ist halt die Frage. Oder ob dann jetzt auch wieder, ja, wieder, ob da mit den Ersatzprodukten, was damit einbegriffen ist. so. Aber, mein genialer Vorschlag wäre, wenn das alles nicht funktioniert, dann wäre mein Tipp an den Tabakhersteller XY, sag deinem Kumpel Bescheid, der soll eine neue Firma gründen. Dann macht er die Firma YX und die Firma XY, die macht, also der Tabakhersteller macht weiterhin seinen Grundtabak und die neue Firma, die natürlich gar nichts mit der Tabakfirma zu tun hat, die macht dann einen Dufterfrischer. Und das ist zufällig halt eben auch Molasse und Aroma. Und da liegen da halt noch so fünf Bambusstäbchen dabei, die man zufälligerweise noch sehr geil für den Kopfbau benutzen kann. Und dann hat er da so eine kleine Raumduftdose mit halt Molasse, Aromen, wie wir es gewohnt sind. Und dann rutscht halt der liebe Alex einfach aus, hatte gerade aber seinen Grundtabak in der Hand und dann fällt dem das leider, leider in diesen Dufterfrischer. Und dann denkt sich der Alex, na gut, das war ja jetzt scheiße teuer wegen der Steuererhöhung, ich probiere mal, ob ich rauchen kann. Ja. Spricht da irgendwas dagegen? Weil was du mit deinem Dufterfrischer daheim machst, das geht jemandem scheiß an. Ja, natürlich. Also ob du da die Zunge reinstrecken willst, ob du da in deinen Garten kippst oder was auch immer, geht ja keinen Scheiß an. Ja. Das wäre mein Vorschlag, wie man das Ganze umgehen könnte. Da bin ich nicht weit genug drin, was auch die, es gibt ja auch viele Gesetzeslagen noch aus dem, im Chemiebereich, die die ganzen Aroma-Herstell und so weiter betreffen. Inwieweit sich das dann widerspiegelt, ob man da vielleicht irgendeine Norm braucht, irgendeine Norm vorgegeben ist, das dann nicht so deklarieren darf oder dass das einfach nicht so geht. Das kann ich mir halt nur vorstellen. Aber da müsstest du dir nur irgendeine Produktgruppe suchen, wo das gehen würde. Genau. Ja, natürlich. Aber das sehe ich halt noch so als Hindernis, weil da bin ich in der Gesetzeslage einfach nicht drin. Aber ich könnte mir halt gut vorstellen, dass man da schon was finden könnte, was dann erlaubt ist. Also ob das dann ein Badezusatz ist, ob das ein Dufterfrischer ist oder keine Ahnung was. Ich glaube, da könnte man schon was finden. Und wer will denn dann jemandem vorschreiben, was der damit macht? Also das Ding, ich sehe das eigentlich so, dass diese Verordnung so einschneidend in die Szene ist für die ganzen Hersteller, dass da sie müssen irgendeine Lösung finden. Weil ansonsten können sie, denke ich, auch nicht mehr wirtschaftlich arbeiten. Ja. Auf lange Sicht gesehen. Ja, beziehungsweise, was heißt nicht wirtschaftlich arbeiten? Die Firmen könnten schon wirtschaftlich arbeiten, aber was bedeutet es dann, wenn die mit viel höheren Ausgaben arbeiten müssen? Die brauchen auch viel höhere Einnahmen. A.K.A. steigende Preise. Ja, genau. Und dann fallen die Kunden weg und dann hast du halt ein Problem. Ja. Das sehe ich halt dabei. Ja, das könnte dann das daraus resultierende Problem werden. Genau, das meine ich, ja. Und da sehe ich halt, die Pflicht ist vielleicht zu viel gesagt, aber das Streben danach, rechtlich angepasste Lösungen zu finden, wie man weiter so Tabak vertreiben kann, wie es momentan der Fall ist. Ja. Das wird schwer. Ja. Aber bis jetzt hat sich Shisha-Szene immer geschafft, durchzukommen. Egal, was uns entgegengeworfen wurde, sei es 5%-Regelungen, TPD-2, also Minz- und Mentholverbot, Steuererhöhung oder auch hoffentlich in Zukunft die 25-Gramm-Verordnung. Ich bin mit jedem Tag eigentlich weniger frustriert und mehr gespannt auf die Lösungen, die sich eingefallen werden lassen. Das Problem bei der Sache ist halt, also ist es so meine Denkweise, jetzt sich darüber noch zu ärgern, macht einfach keinen Sinn. Ja, es bringt nichts. Weil es, genau, es bringt einfach nichts. Das Ding ist durch, du kannst nichts mehr dran ändern. Deswegen, das Ding ist abgehakt und ich bleibe auch einfach gespannt, was jetzt noch passiert, gerade in den nächsten Monaten. Da drücken wir gesammelt die Daumen und lassen uns mal überraschen. Wir haben auch, wie gesagt, vor TPD gedacht, dass die Shisha-Szene jetzt untergehen wird und im Endeffekt juckt es uns fast gar nicht mehr. Die eine oder andere Sorte ist weg, die wir gerne geraucht haben. Dafür sind mittlerweile auch viele gute andere Sorten auf dem Markt. Wir schauen mal. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, dass wir uns neue Köpfchen bauen und dann kommen wir gleich noch zu den News. Genau, machen wir es noch. Also, willkommen zurück. Beziehungsweise ist für euch nur eine Sekunde vergangen, aber für uns waren es doch einige Minuten. Jeder mal einen Toilettengang, Kohle gelegt, Köpfe gebaut. Diesmal habe ich mich revanchiert. Ja. Da habe ich die Köpfe gebaut. Dankeschön. Soll ja auch fair sein. Aber jetzt haben wir beide ein neues, hoffentlich leckeres, wohlschmeckendes und gut rauchproduzierendes Köpfchen am Start. Was hast du denn feines gebaut? Für dich? Ja, für uns beide. Achso. Also, der Alex hat den Shishaya Hyphen Badge 3 mit einer Mischung. Wer könnte es anders bei mir vermuten? Schönes Rühnchen Grape 2. So ungefähr 60, 65 Prozent sind es jetzt doch geworden. Und der Rest mit Kiwi Smoothie aufgefüllt und obendrauf der Nagrani. Bei mir gibt es den Wandenberg V1 in Midnight Blue. Ist auch, ist ein bisschen höher geworden, als ich es eigentlich haben wollte. Deswegen rauche ich jetzt auch mit dem Nagrani statt mit dem Kalout, weil der Nagrani halt ein bisschen höher drauf sitzt. Ja, die Köpfchen lassen wir uns jetzt schmecken, während wir euch noch ein bisschen was von den News aus der Shisha-Szene berichten. Angefangen mit dem Lotus 1 Plus Violis, also einer neuen Farbe vom Kalout. Kam da jetzt eigentlich auch schon der Grüne raus? Alex macht hier gerade Faxen, weil er Wasser im Schlauch hat. Kam auch schon der Grüne raus? Weißt du auch nicht? Ich weiß auch noch vom Violis, aber der ist jetzt auf jeden Fall raus. Und ich habe gestern im Stream sehr wilde Gerüchte gehört. Ich lese es auch gerade zum ersten Mal und denke so, okay, noch gar nichts davon gehört. Ich habe sogar schon Bilder bekommen auf Insta. Es soll ein mattweißer Kalout rauskommen. Ich weiß nicht, ob an den Gerüchten was dran ist. Also ich will niemanden sehen, der jetzt sagt, ja, aber Marvin hat gesagt, es kommt ein weiter. Ich weiß es noch nicht. Es wird trotzdem kommen. Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe es bis jetzt einfach nur gehört und ich dachte mal, machen wir mal ein bisschen hier Gossip Girl bei Directly SWG und ich erzähle euch das einfach mal. Also ich habe gehört, das soll kommen. Ich habe schon Bilder gesehen. Wenn das wirklich so kommt, dann wäre das Killer. Das wäre brutal. Mit weißem Duscher Oblarko. Duscher Basic in weiß. Weißer Duscher Oblarko und dann ein mattweißer Kalout da oben drauf. Boah! Das wäre ja anders lecker. Ja, das sind eigentlich schöne Nachrichten und schöne Gerüchte, aber es gibt auch nicht so schöne Nachrichten. Ja, dass die Shisha-Messe, die eigentlich hätte im Oktober stattfinden sollen, auf den 6. bis 8. Mai 2022 verlegt wurde. Es war eigentlich schon sehr, sehr klar, finde ich. Also es wurde... Es war nicht klar im Sinne von den Aussagen, aber es hat sich eigentlich wieder gedacht. Ja, also ich habe es mir schon gedacht, auf jeden Fall, nachdem die FIWO abgesagt wurde. Die wurde, glaube ich, im Juni abgesagt. Juni oder Juli hätte im November stattfinden sollen, wenn eine... Ich dachte mir so, wenn eine Fitness-Messe abgesagt wird, dann wird eine Shisha-Messe auf jeden Fall auch mit abgesagt werden. Macht Sinn. Kann man nicht gegen argumentieren, gegen die Logik. Und ja, ist dann auch so passiert. Wie gesagt, 6. bis 8. Mai 2022. Und ich hoffe, dass wir da eine schöne Messe haben werden mit einem guten Konzept, wo wir auch rauchen können, weil ich glaube, das wäre bei dieser Messe nicht gegangen. Ja. Und wenn das so funktioniert, dann bin ich damit fein. Ja. Onel hatte letztens noch in seiner Story, übrigens habe ich das schon mal erzählt im Stream, dass Hashtag Werbung, nenne ich Hashtag Werbung, 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 dass ich jetzt auch einen Code bei Onel habe. Also im Stream auf jeden Fall, im Cast weiß ich es nicht. Also dann, liebe Cast-Zuhörer, es gibt jetzt auch den Code SWG10, um 10% zu sparen, bei onelshooker.de. Und da lohnt sich das aber mal anders. Ja, also gerade wenn man so eine McCloud-Exclusive will, so eine Dragon-Normal 1,4, da 140 Euro sparen, das ist natürlich schon eine Menge. Aber geht natürlich auch auf die günstigeren Pfeifen auf. Alles außer Tabak, AE und Steam-Movie, das halt leider immer so ist. Auswahl ist auf jeden Fall top. Ey, also... Das ist krank, was er alles da hat. Wirklich krass. Aber da wollte ich... Also Onel hatte eine Insta-Story und Onel kommt ja aus Hannover beziehungsweise wohnt in Hannover und hat da auch seinen Shop. Und Onel war da letztens auf dem Messegelände und hat eben gesagt, dass die Messebetreiber gesagt haben, das ist schon 100%ig safe, dass im Februar in Hannover die Shisha-Messe stattfindet. Also nicht die Shisha-Messe, sondern die Steam & Smoke oder so. Also soll eine andere Messe sein, aber... Das ist ja schon längere Jahre in der Planung. Wurde noch nie durchgesetzt. Wenn das jetzt funktioniert, bin ich immer gespannt, weil die letzte... Aber Februar, Digga. Aber die letzte Shisha-Messe, die abseits der normalen Shisha-Messe stattgefunden hat, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, die auf jeden Fall so unglücklich geendet ist. Du meinst die Inter... Nee. Du meinst die In-Smoke? Hieß die In-Smoke? Ich weiß es nicht mehr. Die, die auf jeden Fall irgendwie nie richtig stattgefunden hat und trotzdem alle da waren, wo einfach nichts funktioniert hat. Ja, ich glaub... Ich glaub, In-Smoke hieß die. Aber ja, da bin ich mal gespannt, wie das in Hannover wird. Ja. Also... Es soll ja auch ein schönes Messegelände sein, groß. Also ich würde mich übertrieben freuen, wenn das klappt. Aber ich hab da ehrlich gesagt... Also die sagen, das ist hundertprozentig safe und so. Aber okay, es darf stattfinden, aber ob man da halt rauchen darf und dann, weiß ich nicht, so Bilder machen, nah beieinander, mit tausend Leuten reden und so und wie viele Leute dann rein dürfen. Stell dir vor, die darf stattfinden, aber es dürfen tausend Leute hin oder so. Ich mein, das wär besser als nix, aber ich weiß nicht. Ich zweifle das einfach sehr krass an, dass es im Februar, was wahrscheinlich noch Hochzeit für Grippe und damit auch Corona sein wird, dass wir da eine Shisha-Messe erleben werden, die es auch wert ist, hinzugehen. Ich würde mich ultra freuen und ich drücke den Leuten die Daumen. Ich glaube, wir haben locker noch Platz für eine Shisha-Messe mehr in Deutschland. Ja, gerade momentan, vor allem momentan, weil, wie gesagt, drei Jahre. Ja. Also im April 2019 war die letzte Shisha-Messe und in dem Zeitraum einfach das, warum nicht. Und ich fände es cool, wenn es funktioniert. Ob es funktioniert, finde ich gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr schwer, irgendwas zu 100% zu sagen. Vor allem, wie es am Ende funktioniert, wie du gerade auch schon angesprochen hast. Ob das dann mit rauchen, wie viele Leute können hin, kannst du dich da in Anführungszeichen normal unterhalten. So die ganzen Punkte, ob das alles klappt, ob das dann Spaß macht. Ja, schauen wir mal. Aber wäre auf jeden Fall sehr geil. Ja. Hätte ich auch Bock drauf. Ja, würde ich feiern. Und dann gerade so ein Wochenende in Hannover. Hannover auch eine schöne Stadt mit ein paar schönen Bars. Den Onel noch besuchen, mal in Onels Shop gehen, mit Onel da ein paar schöne Pfeifen rauchen gehen in irgendwelchen Bars oder auch bei ihm daheim oder so. Und natürlich die Messe. Das wäre schon geil. Also würde ich feiern. Da wäre ich an sich auf jeden Fall dabei. Ich bin da auch mehr als ready für wieder. Ja. Wo ich auch absolut ready für war. Du warst ja eigentlich überhaupt nicht ready dafür. Du musst ja festhalten, wir sind aus... Du weißt ja gar nicht, was ich sagen wollte. Vielleicht hätte es ja dann Sinn gemacht. Dann sprich zu Ende. Wofür ich gar nicht ready war, war... Nee, wofür ich ready war, schon lange, weil ich sie schon sehr lange haben wollte, war eine vergoldete Vuka Nox. Und dann habe ich ja von Shisha vergoldet eine zur Verfügung gestellt bekommen. Übrigens wieder Werbung, aber wie gerade gesagt, also die haben die mir zur Verfügung gestellt. Ähm... Und das war krass. Das war wirklich krass. Und da habe ich mich heftig drüber gefreut. Also diese Pfeife, ich weiß nicht, jeder, der regelmäßig die Streams guckt und mich ein bisschen kennt, der weiß, die Vuka Nox vergoldet, die stand schon sehr, sehr lange, sehr, sehr weit oben auf meiner Wunschliste. Und dann haben die mir eine zugeschickt. Und eine Woche später, zwei Wochen später, maximal zwei Wochen später, kam bei mir daheim auf einmal ein riesengroßes Paket von Tumbaki an. Ja, wir sind halt aus Köln zurückgekommen, auf einmal stand da vor der Tür. Ja. Ein sehr, sehr großes Paket, wo du auch erst mal nicht wusstest, was das überhaupt ist. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, warum die mir was zuschicken, also Tabak, natürlich nicht. Was soll die mir sonst zuschicken? Also ich habe es gar nicht gerafft, ich habe es wirklich nicht gerafft. Und dann mache ich dieses Paket auf und dann steht da so drinnen, ja, danke für die Zusammenarbeit und dass du ein Gewinnspiel mit uns gemacht hast. Hier ist eine fucking Vuka Nox in 24 Karat Gold mit deinem Logo drauf. Original. Original, ja. vergolden lassen, sondern... Original. Und die kostet 1,8 die Pfeife. Krank. Das ist abnormal. Das ist wirklich abnormal. Also da sind wir, glaube ich, alle aus allen Wolken gefallen. Also das hat ja keiner gerafft, was da abgegangen ist. Aber supergeile Pfeife. Safe. Ich habe es dann erst mal auch live bei dir... Nee, ich habe es dann erst mal live bei Shisha Union gesehen und es ist einfach eine wunderschöne Pfeife. Also das ist auch eine Pfeife, die könntest du auch einfach ins Regal stellen und könntest du da stehen lassen. Hundertprozentig. So wunderschön. Das Ding würde auch als Deko einfach durchgehen. Wäre sehr teure Deko, aber... Wäre Deko. Wäre Deko, ja. Ja, es gibt aber auch neue Sachen von Darkseid, beziehungsweise Starline und zwar sind da zwei neue Flavor rausgekommen. Einmal der Nass von Darkseid. Ich würde einfach Nass sagen. Das Ganze soll Haselnuss sein. Da ist auch noch so auf dem Bild so ein kleines Nutella-Glass, würde ich vermuten, dass es ist. Ich persönlich finde, das ist aber wenige Nutella, das sind wirklich so geröstete Haselnüsse, die auch ein... Ja, sehr natürlich... Also, er schmeckt wirklich danach, was er sein soll. Also, nicht Nutella, sondern geröstete Haselnüsse. Wenn man drauf steht, kann man das machen. Ich habe ihn bis jetzt zwei, dreimal gemischt. Weißt du, was du machen musst? Du musst dir mit dem Tender-Tar rauchen. Hab ich. Und? Mega geil. Also, wenn du Bock drauf hast, ist geil. Ich habe da noch ein bisschen White & Brown rein und die Haselnusspaste von Hunkersquees. Ach, die haben eine Haselnusspaste? Hatten. Deswegen TPD zwei rausgeflogen. Ah, okay. Aber ich hatte halt noch ein Döschen zu Hause, das habe ich dann benutzt, weil ich dachte, passt ganz gut. Also, wenn du drauf stehst, ist die Mischung sehr, sehr lecker, aber man muss halt Lust drauf haben. Also, es ist für mich auch kein Daily Flavor, also davon ganz weit entfernt. Auch wenn ich cremig rauche, ist das eher so, kann man mal machen, aber ich denke, die Dose wird sehr, sehr lange bei mir halten. Ich muss gestehen, bei mir hält sie bis jetzt perfekt. Noch gar nicht geraucht? Nee, ich habe auch keinen Kopf von geraucht. Ich weiß nicht, es hat irgendwie, immer wenn ich mir überlegt habe, was ich rauchen möchte, hat es irgendwie nie in meinen Mix reingepasst. Also, weißt du, dann überlegst du wieder gerade so, okay, jetzt würde ich was mit, weiß ich nicht, Blugasmus rauchen, jetzt würde ich was mit traube Minze rauchen oder jetzt würde ich das und das. Da hat nie Haselnuss reingepasst. Mach dir ein bisschen was in White Cake rein, wenn du nichts mehr rauchst. Ja, das ist vielleicht eine Idee. Das ist vielleicht eine Idee. White Cake, White Brown, irgendwie sowas, das könnte ganz geil sein, ja. Und von Stalin ist rausgekommen der Crimson Boom, das ganze, Boom. Boom? Habe ich falsch aufgeschrieben? Nee, der heißt jetzt Blum. Crimson Blum ist rausgekommen. Das ist eine ganz neue Sorte. Nicht zu verwechseln mit dem Crimson Boom. Und das ganze sind oder ist Himbeergelee, also wie man es von Stalin kennt, halt wieder so leicht in die cremige Richtung gehalten, auch bei den fruchtigen Sorten, wie zum Beispiel Brough Crump ist ja auch hier Blaubeermuffin, was Blaubeere... Da würde ich ja behaupten, den würde ich rausschmecken. Echt? Recht. Sogar rausriechen? Man munkelt. Auf jeden Fall... Ich habe ja gerade einen Challenge bald live auf YouTube. Auf jeden Fall Himbeergelee ist eine süße Himbeere, kann man sich... Also meine Freundin mag den ganz gerne, müssten die gerne mit rein. Bei mir so hin und wieder, aber ja, also ich glaube, mein Lieblingsstarline wird weiterhin Blue Crump und Belgian Morning bleiben. Muss ich ehrlich sagen. Ich dachte am Anfang, das wäre Erdbeere und beim Rauchen ist mir nicht direkt klar geworden, dass es Himbeere ist und entweder sagt das sehr viel über mich aus oder sehr viel über den Tabak oder sehr viel über den Tabak und ja, ich würde mal nicht sagen, also da bin ich einfach mal ganz selbst überzeugt und würde mal sagen, das lag nicht so sehr an mir. Er ist halt bappig süß. Ja, aber weißt du, Erdbeere, Himbeere, so ja, das ist halt so ein süßes Ding und dann schmeckst du da so ein bisschen neise Früchte raus, aber also das war jetzt nicht so, ey, ist das wirklich ein Erdbeere? Er ist halt einfach nur bappig süß, weswegen dieses Grundarum halt ein bisschen flöten geht. Ein bisschen. Ja. Also ich weiß nicht, ich bin da, also ich muss auch generell sagen, Starline hat für mich ein paar herausragende Sorten und dann ganz viel, was mich gar nicht wirklich juckt. Ja, würde ich so unterschreiben. Also so ein Blue Crump oder ein Belgian Morning, das wäre so schade, wenn die wegfallen würden. Aber sonst fällt mir jetzt keine weitere Starline-Sorte ein, wo ich wirklich traurig wäre. Ich bin noch French Puff-Fan, muss ich sagen. Der war nicht übel, der war nicht übel, ja. Und für Cremic. Aber das wäre jetzt auch keine Sorte, wo ich sage, oh nein, jetzt gibt es keinen French Puff mehr. Das würde ich wirklich auch nur bei den zwei genannten Sorten Blue Crump und Belgian Morning sagen. Aber das ist auch immer so ein Ding, so fragen ja immer Leute, was ist der beste Tabakhersteller oder sowas, gibt es halt für mich einfach nicht. Es gibt bei fast jedem Tabakhersteller so zwei, drei Sorten, die mir sehr gut schmecken und dann halt viel, was ich nicht unbedingt brauche. Das ist bei Holster, alle meinen immer, ich wäre der übelste Holster-Fanboy, so im Grunde rauche ich zwei Sorten. Das ist das Bloody Punch und Grape. Und ansonsten, ja, so ein Yellow Punch kann man mal machen. Was gibt es denn auch? Kiwi Punch, ja, ist gut. Und Eiskaktus, ja, auch gut. Wenn man danach gehen würde, wäre es bei mir auch Must-Have, die beste Tabak, also der beste Tabakhersteller. Nee, Marokko, Milrick? Natürlich nicht, aber es geht, weil du gerade meintest, ich rauche davon nur zwei Sorten. Wenn wir nach dem Schema gehen, wäre es Must-Have, weil ich davon halt immer irgendwie ein Queez-Move, ein Pinkman, ein Respy, von mir aus noch ein Lime zu Hause habe und das ist, glaube ich, der Hersteller, wo ich die meisten unterschiedlichen Sorten zu Hause habe. Okay. Aber zum Beispiel würde es mich trotzdem ärgern, wenn ich kein Holster mehr rauchen könnte. Genau. Weil Holster... Ja, also ich meinte nur so dieser Bezug, was ist die beste Tabakmarke, so, ja, gibt's halt nicht. Gibt von den meisten Tabakmarken so zwei... Weil auch Smoker, ich rauche fast nie Smoker, aber wäre trotzdem schade, wenn es den Fallem nicht mehr geben würde. Also, weißt du, da hat irgendwie so jede Tabakmarke hat bestimmt irgendwie, wenn man sich da durchprobiert, zwei Sorten oder so, die gut sind. Gut, gibt... Wahrscheinlich gibt's auch eine Marke, wo ich sage, das ist alles nix für mich, aber der andere sagt, das ist was für mich. Natürlich. Wie stehst du eigentlich zu Agile? Finde ich bisher echt sehr... sehr mäßig. Weak. Ja. Sito. Aber, auch da wieder das Beispiel, im Chat gibt's einige Leute, die schwören drauf. Die wollen nicht mehr ohne das Zeug. Ich hatte den Chapo Lehmun, den Lehmun Mint und den Bing Bam oder Bing Bam, Bing Ben, irgendwie sowas. So. Und, ich fand die jetzt alle nicht so krass. Also, ich hab bei dir einen von den entweder Chapo Lehmun oder den Mint da geraucht. Zu Hause ist es Zitrone gewesen? Ja, das eine ist, glaube ich, Zitrone Menthol, das andere ist Zitrone Minze. Also, einen davon hab ich auf jeden Fall auch nochmal zu Hause meinem Bruder probiert. Zu Hause hab ich auch den Orange Minze, gibt's glaube ich noch, oder Orange. Den find ich tatsächlich noch am besten. Den hab ich mal beim Kollege einmal geraucht in dem Mix, aber der kam ganz gut durch. Fand ich auch nicht gut und deswegen hab ich auch gesagt, hol ich mir dann selber nichts von. Weil, wenn zwei Sorten schon so unterirdisch für mich persönlich waren, hab ich gesagt, lass ich Finger von. Ja, wie gesagt, im Chat hab ich einige Leute, die schwören absolut auf den Lay Moon Mint und so. Also, ist halt immer Geschmackssache. Aber egal, wir kommen ein bisschen vom Thema ab, weil unser eigentliches nächstes Thema sind neue Lit Lips. Da gibt's wieder ein paar neue Colorways. Ich glaub, drei Stück waren das. Sind die jetzt eigentlich limitiert oder nicht? Flat White Earth und Schland. Schland, ja. Äh, weiß ich nicht. Hab ich nichts von gehört. Wer sagt denn sowas? Ich mein, limitiert irgendwie auf dem Zettel gelesen zu haben. Echt? Ja, ich weiß es aber nicht. Okay. Okay. Also, ich find die Steinoptik bei dem Flat White Earth und dem Crackhead super cool eigentlich. Ja. Mit dem jeweils verschiedenen farbigen Depot. Also, der Crackhead, das hat ein rotes Depot, der Flat White Earth ein weißes. Der weiße sieht auch super clean aus, find ich. Mit dem, mit dem grauen Steinton außenrum. Ähm, ja, Schland ist halt deutscher. Schwarz, rot, gold, gemischt. Ja, genau. Farbspritzer halt. Ähm, ja, also, vom Look her muss ich sagen, Flat White Earth oder Crackhead für mich. Wahrscheinlich eher den Flat White Earth und er ist halt ein Lit-Lib. Also, Farben sind cool. Man muss sagen, ein Lit-Lib Pro. Stimmt. Das ist der Ton vom Pro. Stimmt, ja. Außer beim Schland. Beim Schland nicht, ja. Ja. Und, bei Hookah-In, falls ihr euch, wieder Werbung, falls ihr euch da, äh, einzelne Köpfe holen wollt, könnt ihr auch mit SWG-10 10% sparen. Geht leider nur auf einzelne Köpfe, da war das Bundle mit den drei neuen war günstiger, als das mit SWG-10 zu holen, aber falls ihr euch jetzt denkt, auch so ein Lit-Lib noch, SWG-10, habt ihr schon wieder einen halben Döner gespart. Ja. Oh, so ein Scheiß-Döner wäre jetzt auch was. Ich habe vorhin auch überlegt, Burger King. Oh. Lass das weitermachen, Alex. Wir dürfen nicht über Essen reden, ich sterbe. Ja, äh, Place-Tastings. Oh ja. Sind jetzt angesagt. Du warst ja auf dem in der, in der Blubberbar gewesen. Ähm. Ich glaube, das war auch das Erste. Ja. Soweit ich weiß, war das das Erste. Ich habe gesehen, dass jetzt auf jeden Fall noch in Dresden eins kommt. Ja, in Berlin waren die, jetzt in Dresden und noch Hamburg, glaube ich auch. okay. Ja. Aber ich habe ja, ich muss ja auch sagen, ich habe das erste Mal Place bei dir jetzt probiert. Ja, genau, ich bin ja letztens zu dir gekommen mit einem schönen Döner und da dachte ich, du willst die bestimmt mal probieren und dann habe ich mal die zwei Place-Sorten mitgebracht. Ich glaube, die habe ich auch noch mal extra aufgeschrieben, oder? Ja, guck mal hier, da können wir auch direkt noch die zwei Sorten mitmachen, wenn wir gerade schon bei den Tastings sind. Also ich bin bei dir vorbeigekommen, ich habe die beide mitgebracht. Was war dein Eindruck? Ähm, auf jeden Fall erstmal der Schnitt. Sehr, sehr fein. Ja. Also fast gleichzusetzen mit Must-Have, muss ich sagen. Fast sogar noch ein bisschen feiner, aber nicht so matschig, in Anführungszeichen, sondern so ein bisschen trockener. Aber nicht schlecht trocken, sondern ich finde, perfekt eigentlich. Ja. Weil so hast du möglichst viel Tabak mit nicht überständigem Olasse. Ich meine, du kennst das, viele aus dem Chat kennen das auch, wenn eine Mass-Have-Dose langsam zur Neige geht, gerade beim Kiwi-Smoothie oder so, hast du am Ende eigentlich noch so ein Olasse mit ein paar Tabakplättchen drin. Und das wird dir bei der Dose wahrscheinlich nicht passieren. Und ja, ich habe die beiden auch gemischt, also den Lim-Hype und den Kuka-Koala. Kuka-Koala, ja. Ja. Kuka-Koala. Und Lim-Hype ist Limette pur, glaube ich. Ja. Und der Kuka-Koala ist eine, ja, so eine Cola-Note, die aber eher, die so eine Mischung mitbringt aus Cola-Kracher und Cola-Pflanze, finde ich. Also so die, nicht extrem. Ich würde sogar nicht Cola-Pflanze sagen, die Cola hat so würzige. Deswegen habe ich jetzt Cola-Pflanze, weil so dieses natürlichere Aroma von... Ah, finde ich zum Beispiel nicht. Also natürliches Cola-Aroma würde ich jetzt auch nicht sagen. Also ich habe es verglichen mit so einer Grundnote von Ululuki. Ja, aber der hat ja schon wieder diese leicht floralen Noten. Floral ist nicht das richtige Wort, aber Ululuki hat ja irgendwie diese... Nee, erdig wollte ich auch nicht sagen. Es ist sehr schwer zu beschreiben, aber der hat so eine leichte Medizin-Note mit dabei. Weißt du, was ich meine? Und ich finde, das hast du eben nicht beim Blaze. Aber der Blaze ist auch kein Ola, der süß, also so in Anführungszeichen Babs süß ist auch das Falschwort, aber der... Der würzige Part gleicht sich da halt so ein bisschen mit dem süßen Part aus. Und das finde ich eigentlich super gelungen und geschmacklich finde ich den auch gut. Ich finde, du merkst zwar vom Rauchen her, dass du einen Dark Blend drin hast, also gerade in Bezug auf das Grundtabak-Aroma, aber ich finde, der Grundtabak ist super angenehm und kommt nicht so durch. Ja. Also du hast nicht wie bei Dark Sets so einen holzigen Touch, sondern oder wie bei Kismet diese erdige Grundnote, sondern es ist wirklich super angenehm zu rauchen. Aber er ist schon echt stark, muss ich sagen. Also es sind ja 4,3 Prozent. 4,25, ja. Und das merkst du schon. Um kurz die wahrscheinlich in eurem Kopf aufploppende Frage zu beantworten. Ich persönlich weiß nicht, wie viel Nikotin in Must-Have oder Darkside drin ist. Aber wenn du mich fragst, würde ich sagen, dass Darkside ähnlich angenehm zu rauchen ist, aber weniger Nikotin hat und Must-Have weniger Nikotin hat, aber nicht angenehmer zu rauchen ist. Ja. Also wenn man da wieder mit Throatkick und Nikotinkick vergleicht. Genau, Must-Have ist sehr zickig. Und auch gerade im Vergleich, also ich wollte den Vergleich ziehen zu Black Orus, weil ich weiß, der hat 4 Prozent. Ganz andere Welt. Also der Hals macht keinen Meter zu beim Place, der lässt sich entspannt rauchen, aber du merkst, dass Nikotin halt wirklich. Ja, und beim Black Horus ist es ein bisschen anders. Du merkst das Nikotin auch, aber ich finde, beim Black Horus raucht man ein bisschen bedachter, weil er doch mehr Throatkick und so hat. Auf jeden Fall. Und ja, bei dem Blaze ist das so ein bisschen heimtückig. Der ist relativ, also für den Darkland ist er sehr angenehm zu rauchen. Und dann schiebt das Nikotin irgendwann. Und irgendwann schieben halt die 4,25 Prozent da doch ordentlich an. Ich hab's auch gemacht, wir saßen ja auf der Terrasse, haben Köpfchen angemahnt und haben angefangen zu rauchen. Zumindest bis es geregnet hat. Bis es geregnet hat. Und ich wollte mir die Kohle runternehmen. Beim Aufstehen dachte ich so, ja, okay. Hallöchen! Da passiert schon was. Also es ist schon, ich freu mich auf die Sorten, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin hyped. Gerade auf den Cola, weil ich finde, so eine nicht zu süße, aber auch nicht zu herbe Cola super gut zum Untermischen. Ja, und auch diese würzige Note. Also ich hab zum Beispiel auch super gerne die letzten Tage gemischt den Coca-Cola und Grape. Obwohl ich vorher eigentlich nie Cola und Traube gemischt hätte. Aber die beiden funktionieren dadurch, dass du so eine ganz leichte, süße Cola-Note aber ganz weit im Hintergrund hast und diese würzige Note mit der Traube halt saugut funktioniert. Ich kann mir die auch richtig gut mit Tratty vorstellen. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Safe. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Wann sollen die, sind die? Ich glaub 17.9. Soweit ich weiß. Was ist denn das? Die sind Sonntag, oder? Ne, am Freitag. Freitag. Ja, 17.9. sollen die rauskommen. Freitag. Da ist diese Folge wahrscheinlich noch gar nicht draußen. Weil die Folge wollen wir wahrscheinlich entweder kurz bevor wir wegfahren oder während wir wegfahren hochladen. Genau. Eins von beiden. So selber anhören dann, kurz davor. Ja, ja stimmt. Wir müssen die eigentlich vor unserer Fahrt hochladen und dann können wir die im Auto nochmal Probe hören. Weil wir fahren ja ungefähr dreieinhalb Stunden zu unserer Destination. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt fahren. Ja. Wir fahren ja mit drei Autos. Aber die Strecke ist ja dieselbe. Ja. Müssen wir alle den Podcast hören. Alle müssen Podcast hören. Alle Autos. Gleichzeitig Play drücken. Ja, die Blaze Tastings und der Blaze Tabak. Bin ich sehr gespannt drauf. Wird auf jeden Fall kommen. Und zu dir ist auch noch was gekommen. Ja, ich hab ja in den, ich weiß nicht, ob es der vorletzte Cast war, haben wir ja kurz mal so das, nee, im letzten Cast haben wir über das Thema Aeon-Universum, Universum, Universe geredet. Und dazu gehört natürlich auch Vyro. So, und ich hab bis jetzt, oder bis vor einigen Wochen ja nur die Shishaya Hazard als Travelpfe gehabt. und da haben wir aber die ganze Zeit ein bisschen diskutiert. Ja. Und dann hat er Vyro Aeon netterweise gesagt, hier, wir geben dir Vyro One, test mal bitte. Und hab ich natürlich Danken angenommen und ich bin momentan sehr viel am rumtesten, so, grad so im Vergleich zwischen Hazard und One. Und gibt's da schon so die ersten Schlüsse? Ähm, mein Ersteindruck ist auf jeden Fall, ähm, jetzt mal abgesehen vom Design, weil Designfrage war ja mein Punkt, wo ich gesagt hab, okay, das ist eigentlich Geschmackssache. Ja, wie immer. Aber, was ich persönlich finde, das Design, finde ich bei der Hazard einfach schöner mit mehr Kurven und du hast ein bisschen mehr dran als die Bombe, die kleine. Ja, bei mir ist es zum Beispiel genau umgekehrt. Das ist halt die Geschmacks... Also ich finde das Design für eine portable Pfeife ist bei der Vyro okay. Aber die, die Sleeves und die Farbgebung ist bei der One einfach brutal. Also ich hab mir die, äh, Carbon Forged Gold. Mhm. Boah. Wunderschön. Wunderschön. Auch die Black Forged Carbon, auch ein Gedicht. Ich hab die zu Hause ausgepackt und dachte, das ist so eine schöne kleine Pfeife. Ja. Ähm, was ich aber sagen muss ist, dass ich das Gefühl hab, du hast beim, äh, Auspusten, das ist jetzt Ersteindruck, ich hab die viermal geraucht das jetzt vielleicht, wenn überhaupt. Und beim ersten Mal rauchen hatte ich das Gefühl, du hast weniger Spiel bei der One, ähm, was das Auspusten angeht, als bei der Hazard. Mhm. Mhm. Aber dadurch, dass ich die da das erste oder zweite Mal geraucht hab, kann ich die, die, die Erkenntnis noch nicht festmachen, weil hab ich mit dem Wasserstand da vielleicht Probleme gehabt, hab ich da irgendwas falsch gemacht. Also da kann ich auf jeden Fall noch dazu sagen, ja, bei der One musst du aufpassen beim Pusten, dass du da nicht reinballerst. Es ist halt ein sehr, sehr kurzer Weg, bis das Wasser oben am Kopf ist und, äh, Wasser in den Kopf ballern, keine gute Idee. Also sowohl der Wasserstand ist sehr kritisch, den genau zu treffen, äh, als auch eben, wie gesagt, das feste Reinpusten. Da muss man bei der One schon aufpassen. Ich weiß nicht, wie es im Vergleich zu der Hazard ist, aber du musst bei der One eine Obacht geben. Also ich puste da nicht wie ein Beklopp da rein und pass da wirklich auf. Das überhaupt nicht. Also ich hab auch schon weniger fest reingepustet, als ich jetzt bei, bei hier in der Basic machen würde. Aber erster Druck war, du hast ein bisschen weniger Spielraum als bei der Hazard. Äh, erster Druck. Ansonsten Rauchverhalten, super easy und, ja, hat die jetzt auch schon ein, zweimal dabei. Gar kein Problem, grad mit der, mit der Tasche jetzt noch dabei, mit dem kleinen Mundstück. Ja, da will ich mir jetzt auch, ich hab ja auch die Tasche bekommen, da will ich mir jetzt noch ein kleines Set zusammenbauen, das ich mir immer ins Auto legen kann. Ja, das hab ich momentan mit der Hazard. Die Hazard liegt bei mir immer im Kofferraum als Komplettset, ähm, mit Kopf und Aufsatz fehlt jetzt noch grad momentan. Ansonsten, wenn ich, wenn ich mal irgendwo bin beim Kumpel oder sowas, nehm ich die einfach mit und dann passt das. Aber das ist auf jeden Fall so der, der Ersteindruck. Also ich bin auf jeden Fall happy allein wegen, wegen dem Aussehen. Also es ist... Und speaking of Ersteindruck bei Vyro, ja, haben die in letzter Zeit auch einfach mal die ein oder andere mysteriöse Insta-Story hochgeladen. Ja, nicht nur Insta-Story, es wird alles von schwarz-gelb auf schwarz-rot geswitcht. Auf rot? Ja, auf rot. Aber welche Firma könnte denn ein rotes Logo... Ja, und viel mit Autos noch, ne? Autos? Ja. Das Aeon-Auto. Kommt's jetzt wirklich? Doch nicht mit Gare-Collector. Kommt jetzt mit Novitec. Mit Novitec. Scheiße, das hab ich verraten, ne? Ja, das ist ja jetzt auch bekannt. Also hat man jetzt auf Insta gesehen, da waren so ein paar Teaser von Vyro mit Novitec. Sind wir mal gespannt. Ich weiß schon mehr, aber ich darf noch nichts sagen. Same. Ja. Aber es wird geil. Ja, es wird geil. Und wir haben sogar noch mehr aus dem Aeon-Universum, wie der Alex sagen würde. Ja, und zwar die Black Series, also der Ian Dark Blend, den dürften wir euch jetzt endlich zeigen. Also wir hatten ja beide schon vorher, wir haben beide schon getestet. Ich fand das die ganze Zeit so witzig, ne? Holzer macht hier Storys. Ja, wir wollen Dark Blend, dies, das. Und Blaze sagt, ja, der kommt bald, Leute. Erster Dark Blend Deutschlands, dies, das. Und ich denk mir so, ach, wenn ihr wüsstet. Und er ist echt top geworden. Also ich hab mich ein bisschen verliebt in die Sorten. Also es ist, sie sind einfach, also von vorne auf. Ja, ich wollte grad sagen. Alex, wir fangen wieder beim Anfang an. Das Ganze ist in den, ja, in so Dosen, in sehr flachen Dosen, wo sich... Die Kismet-Dosen. Genau, wo man schon auf einen Hersteller schließen könnte. Ähm, und, ja, also das heißt, vom Grundtabak her, muss ich sagen, sehr, sehr nah an Kismet, aber nicht eins zu eins wie Kismet. Definitiv nicht, weil das wurde ja auch ein komplett neuer Grundtabak noch mitverwendet. Ja, aber ich mein so, so grad vom Schnitt und so weiter, vom, das ist schon sehr, sehr nah, aber der Grund, also es ist weitaus stärker. Ja. 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 Von der Farbe her auf jeden Fall auch dunkler. Sieht man auch, finde ich. Und... Findest du dunkler? Ja. Finde ich gar nicht. Doch. Ich finde, der hat schon viele braunen Töne noch. Ja, aber dunkler als ein Kismet, finde ich. Weiß ich nicht. Müsste ich jetzt noch mal nebeneinander halten. Hatte ich nicht so den Eindruck. Aber gut, die Farbe ist ja auch das wenigste, worüber wir uns Gedanken machen müssen, im Grunde. Es sind auf jeden Fall vier Sorten rausgekommen. Ja. Und unter anderem der Purpura, der vielleicht manche noch kennen von damaligen Zeiten als Elmau. Mhm. Das Ganze ist dunkle Traube, Lavendel und indische Gewürze, meine ich. Ja, ist richtig. Dann der Viridi, das ist Kiwi-Rose. Dann haben wir den Rosea, das ist Himbeer-Rose. Und wir haben den Flavo, das ist Zitrone-Rose. Also man merkt schon, sehr, sehr floral gehalten. Literally alles. Ja. Ja. Ähm, ist halt ein Herzensprojekt auch. Ja. Also es ist kein Massenprodukt oder sonst irgendwas. Es ist ein Produkt für Liebhaber. Genau, ja. Ja. Und, ähm, ich hab die probiert und muss sagen, gute Arbeit. Also es ist... Gute Arbeit. Was, was, was will ich jetzt... Also ich rauch den super gerne er ist intensiv, er schmeckt gut, er hat ordentlich was an Nikotin. Nicht nur das, wo wir ja gerade über den Blaze geredet haben. Der Aeon Dark Blend hat richtig Throat Kick. Du merkst beim Ziehen auf jeden Fall, dass das Ding was kann. Also das da, was dahinter steckt. Aber ich find Throat Kick den falschen Begriff. Also der... Ne, das ist genau der Begriff. Findest du? Das ist genau der Begriff. Also mein Hals macht jetzt aber nicht krass zu beim Dark. Naja, Throat Kick muss ja nicht heißen, dass der zu macht, aber dass du es merkst im Hals. Ja, okay. Weil wenn du an so eine Blaze ziehst, dann merkst du da nicht viel. Und wenn du dann an dem Aeon Tabak ziehst, dann merkst du, okay, da ist was. Also das ist wieder unsere Bubble. Der Matze und Mike, die waren hier, als ich den mal geraucht habe, als ich das Review gedreht habe. Weil es gibt auch schon ein Review zu den ersten zwei Sorten auf YouTube, falls ihr das gucken wollt. Und die waren beide nach einer Viertelstunde so, okay Bruder, das ist jetzt... Also der Mike hat, wusste ja nicht, was ihn erwartet, zieht ran und hat erstmal so oi 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 oi. Und auch der Matze war nach einer Viertelstunde dann erstmal bedient. Also sowohl nikotinmäßig als auch Throat Kick beim Rauchen. Du kannst den schon rauchen, aber wenn du bis jetzt nur Virginia gewohnt warst und du nimmst den ersten Zug davon, dann bist du aber ganz anders. Ich habe den pur gebaut, habe damit ein Reel gedreht und danach hing ich erstmal wie so ein halber Schluck Wasser auf der Couch. Digga, ging mir im Review ganz genauso. Es war... Zwei Köpfe hintereinander, ich war fertig mit der Welt. Ging gar nichts mehr. Also es hat schon Power. Kannst du jetzt schon irgendwie so eine Abstufung machen oder sagen, was deine Favoriten sind? Meine Reihenfolge ist Viridi, Flavo, Pupura und Rosea. Ach wild. Okay. Aber Rosea muss ich dazu sagen, den habe ich noch einmal bei einem Kollege probiert. Also könnte sein, dass sich Rosea dann noch irgendwie verschiebt. Also bei mir ist nämlich Rosea, Pupura, Viridi, Flavo. Ach krass, also komplett anders. Ja, wild. Also es ist halt komplett Geschmackssache auch. Also das... Ich habe gestern im Stream habe ich einen Kopf geraucht mit, übrigens Streams kann man ja auch noch mal mittendrin einwerfen, Shisha WG auf YouTube und Dienstag, Donnerstag und Sonntag ab Viertel nach Acht. Ja. Ich habe im Stream einen Kopf von dem Pupura geraucht, gemischt mit Traube Minze und ich habe 70% Traube Minze und 30% Pupura genommen und du hast literally fast nichts mehr von der Traube gemerkt. Also Pupura, wenn man den mischen will, wirklich nur so maximal 10%, würde ich sagen. Ansonsten übertünscht der alles. Ja. Ich habe auch letztens einen Mählochkopf geraucht und habe den Rosea als Grundlage genommen und dann obendrauf Darkseid und Must-Have geschichtet und so nach 15 Minuten Rosea einfach komplett ins Gesicht, wo ich dachte, okay, bitte was. Ja. Aber ich finde sie super lecker, sind super gut geworden. Ja. Aber wirklich noch mal die Warnung, wenn ihr nicht schon viel Dark Blend raucht, dann ist der Aeon-Tabak wahrscheinlich das Letzte, was ihr ausprobieren solltet. Und man sollte auf Floral stehen. Ja, genau. Die zwei Punkte. Die Rosennote, gerade in den drei Flamern, ist nicht im Hintergrund, die ist wirklich da. Ja. Und gerade beim Pupura ist halt wirklich diese Gewürz-Lavendel-Note, die ist halt... Krass. Ist krass. Also Traube ist so da hinten irgendwo im Hintergrund und... Ja, Traube ist wirklich ganz weit weg. Ja. Und dann vorne drin hast du eigentlich würzig, floral. Ja. Mit einer leichtfruchtigen Unternote, finde ich. Ja, genau. Also ich könnte nicht mehr sagen, dass da eine Traube drin ist. Nee, nee. Ich glaube, die ist auch nur so zum Abrunden ein bisschen mit bei. Aber viel machen tut die nicht. Ähm. Ja, soviel auf jeden Fall zu den Vyro und Aeon News. Aber es gibt auch noch News von Shishaya. Und da du das Köpfchen gerade raus, würde ich sagen, erzähl doch mal, Alex. Ja, es gibt den Badge 3, also den Hyphen-Badge 3 mittlerweile. Ähm. Der dritte Restock, sondern die dritte andere Cop, kann man schon fast sagen, weil es natürlich alles in der Manufaktur entstanden. Weißt du, was ich komisch finde? Hm? Dass es Hyphen Gen 1 war. Und jetzt kam, es ist alles. Dann kam ein anderer Hyphen und dann war das Gen 1 Batch 2. Der war aber schon deutlich anders. Also der war ja viel höher und das Depot war anders. Ich glaube, das Ding ist, äh, oh, sorry. Gen 1 ist, also Generation 1, ist der Cop vom Grundprinzip her in den vielen, äh, in den verschiedenen Badges abgewandelt und, ähm, ich denke, da wird noch, äh, andere, andere Kopfarten auf uns zukommen. Ja, aber dann ist es ja nicht eine neue Generation, oder? Dann ist es ja einfach ein anderes Produkt. Weiß nicht, lass uns auch nicht zu lange über die Namen reden, das ist ja auch im Endeffekt irrelevant. Auf jeden Fall Batch 1 gab es das Problem mit dem Pfannelloch. Genau, das war zu hoch und dann konntest du kaum im Kalaud rauchen. Genau, eigentlich für ein Akrani hauptsächlich. Batch 2 hatte das Problem, dass, äh, das Dichtungsloch unten teilweise zu groß war, das heißt, Stone Hooker, I'm looking at you. Ja, das heißt, ihr habt den Kopf teilweise nicht richtig auf die Pfeife bekommen und die ganzen, also die beiden Fehler wurden in Batch 3 meiner Meinung nach eigentlich vollkommen behoben. Ähm, dadurch, ich hab auch schon wieder einige Anfragen auf Insta diesbezüglich, ähm, es ist eine Manufaktur, sind alle handgemacht, deswegen sind da sowohl Depotunterschiede als auch Größenunterschiede, die jetzt nicht extrem sind, aber sie sind sichtbar, ähm, laufen trotz, also Batch 3 hab ich jetzt schon drei verschiedene geraucht, einmal einen größeren, einen kleineren, laufen alle top. Also ich hab auch seit kurzem zwei und ich bin auch unglaublich happy mit dem Kopf. Also die, die Hitze-Eigenschaften, die Performance, wie der Ton, der übrigens auch hochtemperaturgebrannt ist, über 1200 Grad, die Performance von diesem Ton ist herausragend. Das Depot ist für mich genau so, wie ich mir einen geilen Kopf vorstelle. Es könnte für mich noch einen Ticken tiefer sein manchmal, er ist schon wirklich sehr flach, also gerade wenn ich mit dem K-Laut rauche, mit dem K-Laut, finde ich, darf man nicht zu hoch bauen, ansonsten hat man trotzdem wieder sehr schnell halt ein krasses Vollkontakt, dann darf da wirklich nur eine minimale Schicht an Tabak rein. Was auf der einen Seite eine gute Sache ist, weil ich finde, Depotbreite bringt immer was, bis zu, jetzt ist ja die Größe von HMD erreicht, Depottiefe, finde ich, kommt man sehr schnell an den Grenznutzen. Ich meine, die meisten Leute kennen das, du machst den Tabak aus einem tiefen Depot raus und unten hast du praktisch noch vollkommen unverrauchten Tabak. Das verhinderst du halt, dass du da Tabak verschwendest mit einem schönen flachen Depot und ich finde, das macht der Hyphen sehr gut. Plus halt die Hitzeeigenschaften, der ein, also wirklich an Batch 3, der einzige Nachteil, den ich nennen kann, der ist halt ein bisschen teuer. Er kostet 39,90 Euro, das ist nicht wenig Geld, wenn man aber einen hochtemperaturgebrannten, hervorragend verarbeiteten, wunderschönen und gut laufenden Kopf, der made in Germany ist, dafür bekommt, ist es halt okay. Also es tut trotzdem weh. 40 Euro sind für einen Shisha-Kopf scheiße viel Geld. Aber, also wenn es einen Kopf wert ist, dann der Hyphen. Also ich, momentan, also was heißt momentan, ist immer noch mein Lieblings-Setup das, was hier gerade steht. Hyphen, einer Kranie und das, seitdem ich einen Hyphen zu Hause habe, hat sich das auch nicht geändert. Muss ich ehrlich sagen. Also ich habe so viele Köpfe zu Hause und ich greife, momentan so häufig zum Hyphen, dass ich mir, also manchmal greife ich auch teilweise zum anderen Kopf, der, wo ich weiß, er läuft gut, aber ich weiß, ich kann jetzt nicht das dritte Mal nacheinander einen Hyphen posten. Ja. Also sieht man auch auf den Bildern, so oft der Hyphen mit drauf. Das ist krank. Habe ich noch gar nicht drauf geachtet, muss ich mal machen. Aber für dich zu 100%, also ich hatte zwei Hyphens aus der ersten Generation vom TIA geliehen bekommen. die waren echt gut, aber die konntest du halt nur mit einer Kranie rauchen und jetzt Batch 3, ich könnte ihn auch die ganze Zeit rauchen. Also ich weiß nicht, was ich bei dem Kopf vermissen soll. Ne. Läuft top. Läuft, also Hitzeverteilung finde ich sehr, sehr gut. Hervorragend. Ich wüsste nicht, was besser sein soll. Läuft kein anderer Kopf, so smooth und so viel besser. Das Einzige, was mich am Batch 3 stört, bin ich ehrlich, ist der Look. Da fand ich Batch 2 am schönsten. Ich finde die Kante, die er jetzt hat, diese leicht abgeflachte, fand ich beim Batch 2 besser. Die ging gerade und fast in 90 Grad, was ich persönlich beim Kopf dann schöner finde. Okay. Aber ich hatte kein Batch 2, aber vielleicht kannst du ja mal dein Batch 2 mitbringen bei Gelegenheit. Ja. Einfach nur, damit ich ihn mal angucken kann. Aber ich finde Batch 3 super schön. Ich finde ihn auch immer noch schön, aber den Batch 2, den ich momentan noch zu Hause habe, finde ich immer noch den schönsten, den ich von allen halte. Hast du eigentlich einen Ocean? Batch 2 Ocean, ja. Ich muss mal gucken, ich habe dem lieben Sargon von Shishaya das Ganze nämlich geschickt gehabt, was ich da nicht so schön dran finde. Ja. Und da habe ich das auch markiert, das kann ich dir eigentlich gerade mal zeigen. Ja. Aber ich finde den Ocean Callaway fand ich ja so schön. Also ich habe jetzt ein Limelight und ein Night Sky. Sind auch beide sehr schön. Das ist Batch 2. Das ist Batch 3. 3, okay. Der 1 zu 1 der gleiche, den du jetzt hast. Sieht irgendwie voll hoch aus auf dem Bild. Und das ist Batch 2. Mh, ja. Ich finde das von der Schräge her finde ich das bei denen schöner. Ich finde aber auch bei deinem ist das noch weniger steil als bei meinem, oder? Kommt mir das jetzt nur vom Winkel her so vor. Das kann auch sein. Das ist auch einfach. Ich finde bei meinem wirkt das ein bisschen steiler. Ist halt handgemacht. Ja, genau. Aber so bei meinem Vergleich habe ich gesagt, okay, das finde ich beim Batch 2 auf jeden Fall schöner. Ja. Aber Hyphen, sehr, sehr geiler Kopf. Falls ihr noch einen Kopf sucht und irgendwie drankommt, weil die Waren halt wieder sehr schnell ausverkauft, kann man eigentlich blind kaufen. Also wenn ihr euch einen High-Performance, hochpreisigen, aber auch hochperformance-mäßigen Kopf kaufen wollt, kann man beim Hyphen die 40 Euro besser investieren als in einen Stonehooker und Co. Genau, das ist nämlich das Thema. Also wenn ihr in dem Performance-Bereich sucht, bleibt euch eigentlich nur noch Hyphen Wandenberg vor 1 würde ich noch sagen. Vielleicht doch Amphora. Amphora, ja. Und ansonsten geht es da halt hoch zu Stone. Ja. Sicher auch so. Da finde ich halt die 40 Euro für einen Hyphen sind, was die Performance im Vergleich zu anderen Köpfen angeht, mehr als gerechtfertigt. Ein Hyphen finde ich auch noch einen Ticken besser als ein Wandenberg, muss ich sagen. Ja, finde ich auch bei dir. Also der Wandenberg, ich rauche ihn ja gerade auch ein hervorragender Kopf, aber der Hyphen hat nochmal eine kleine Schippe draufgelegt, ja. Genau. Safe. Und Depotform ist eine Millionenmal geiler. Weil Wandenberg, was mir nicht gefällt, ist die Depotform. Der ist sehr anstrengend zu bauen, oder du musst sehr aufpassen, dass du ihn genauso baust, wie er gebaut werden will. Du musst ihn richtig bauen können, ja. Ja. Aber speaking of Köpfe, du hast einen neuen Oplaco. Oplaco. ich war sehr glücklich, dass ich sehr schnell einen bekommen habe und zwar einen neuen Oplaco. Aber nicht irgendeinen Oplaco, sondern die zweite Kooperation mit Duscha, beziehungsweise Duscha. Und da gab es ja schon mal den komplett schwarzen, Karlaut, der sehr beliebt war. Und jetzt gibt es da den nächsten und zwar den komplett weißen. Also Oplaco, Duscha hat jetzt auch noch einen komplett weißen Oplaco rausgebracht. Den habe ich auch da. Es ist ein stinknormaler Oplaco, Leute. Der raucht nicht besser, der macht nichts besser als jeder andere Oplaco. Es ist einfach nur eine Kollaboration mit Duscha in einem gewissen Collarway, beziehungsweise jetzt eben in zwei gewissen Collarways, einmal schwarz, einmal weiß. Es ist ein Wunder, Wunder, wunderschöner Kopf, der aber auch wieder relativ teuer ist. Also das ist wirklich nur was für Sammler, die sagen, ey, ich habe schon 20 Oplacos und ich mag die voll gerne und ich will meine Oplaco-Sammlung ausbauen. Dann kannst du drüber nachdenken, ob du für diesen Kopf wirklich 45 Euro ausgeben willst. Da bist du doch gut bei weggekommen, oder? Ja, Masterf hat ihn, glaube ich, für 70 Euro verkauft. One hatte ihn dann für 50 drin, mit SWG 10 bei One warst du dann halt wieder bei 45. Übrigens einfach nochmal zwischendrin, wir sind immer noch bei Werbung. Ja, aber ich finde auch, ich würde mir den auch wie den Schwarzen einfach kaufen, um mir ein Regal zu stellen. Hört sich da super dumm an. Ich habe extra zwei. Also bis jetzt nur einer, aber es kommt noch einer und einen rauche ich und einen, ich habe ja auch noch einen komplett original verpackten Schwarzen. Ja, genau. Der steht da, der wird nicht geraucht. Beim Schwarzen sehe ich es noch als weniger kritisch an, da könnte nur was mit passieren, weil es das in dem Umfeld, eine Ecke kriegt oder so. Aber bei dem Weißen kann ich mir schon vorstellen, dass der nach einem, nach ein paar Monaten Rauchen halt bei Weipen nicht mehr so schön aussieht, wie aus der Packung. Safe. Deswegen also würde ich wahrscheinlich genauso machen. aber wir haben auch neue Sorten von X-Racher. Habe ich noch gar nichts von probiert. Okay. X-Racher hat zwei neue Sorten rausgebracht. Einmal den Kiwi Bomb, also K-E-E-W-E-E und den Paradiso oder Paradise, Paradise, Paradiso. Gab es den Paradiso nicht schon mal? Ja. Das wollte ich gerade erzählen. Es gab den Paradiso schon mal unter Freestyle. Stimmt, weil den hatte ich nämlich zu Hause in Freestyle. Ja. Und den gab es schon mal. Der Paradiso ist einfach nur ein Vanilletabak, der aber sehr geil nach einem Vanillepudding schmeckt. Also ich stehe ja normal sehr selten auf cremige Sorten. Aber der Paradiso, also wenn ihr da gerade jetzt für die doch etwas kälter werdende Zeit da noch was Leckeres sucht, also der Paradiso ist eine hervorragende Vanille. Bis dato hätte ich gesagt, ich würde den Alphaca White Pots nehmen. Auch eine sehr leckere Vanille, aber der Paradiso ist viel besser geworden. Okay. Also für mich die beste Vanille, die es im Moment auf dem Markt gibt. Und der Kiwi Bomb, das soll ein Kiwi und Kaktus-Tabak sein. Ich finde dafür, dass er Kiwi Bomb heißt, ist es relativ wenig Kiwi in die Fresse. Ja, also beim Geruch hatte ich Flashbacks zum Kaktus-Lem-Mango von X-Racher und ich denke mal, das ist auch die Kaktusnote, die man dann da rausriecht. Ja, ja, safe. Also ich bin auch fest davon überzeugt, dass das dieselbe Kaktusnote ist. Die Kiwi-Note ist lecker, aber für mich ein bisschen zu weit im Hintergrund. Zu wenig, dass man Kiwi Bomb sagen kann. Genau. Also ich finde den Namen ein bisschen unpassend. Hätte man jetzt gesagt, das ist ein Kaktus-Tabak mit Kiwi, hätte ich gesagt, ja, das ist es. Aber sagt mir jemand, das ist Kiwi Bomb, dann erwarte ich da mehr Kiwi. Ja. Also vielleicht Name ein bisschen unglücklich gewählt, aber trotzdem läuft super gut der Tabak, schmeckt super gut der Tabak, von daher, nice neues Ding. Und neue Pfeife ist bei dir auch am Start. Ja. Da hast du sogar mal wieder ein Instagram-Bild gepostet. Habe ich schon wieder ein Instagram-Bild gepostet und da hat irgend so ein Sack auch direkt kommentiert, ist es denn 2018? Der Marvin postet das. Eigentlich müsste ich dafür live im Stream denn noch eine verpassen, ne? Es ist halt die Wahrheit. Klappe. Es funktioniert, wie ich es mache. Sei ruhig. Sag ich ja auch gar nicht. Ja. Außerdem habe ich nicht 2018 das letzte Mal gepostet. Ich habe 2019 geschrieben. Ich habe auch nicht 2019 das letzte Mal gepostet. Aber regelmäßig. Klappe jetzt. Tut dir nichts zur Sache. Die The Hooker Jimmy habe ich bekommen. Eine neue Pfeife von The Hooker, die OVP für 175 Euro weggeht. Wir sind immer noch bei Werbung. Es ist so dumm, dass man das jetzt jedes Mal sagen muss. Ich weiß nie, wie lange zählt das denn? Ja, für das Thema News halt. Okay, dann muss ich ja nicht nochmal sagen. Oder? Weiß ich. Auf jeden Fall hat mir The Hooker die Pfeife kostenlos zur Verfügung gestellt, weil ich damit noch ein Video machen werde. Deswegen sagen wir jetzt einfach nochmal Werbung. Damit hat sich jetzt die Sache. Die The Hooker Jimmy ist eine Einschlauchpfeife. Endlich mal wieder eine Einschlauchpfeife von The Hooker. Ich warte ja schon länger drauf, dass auch diese Hersteller wie The Hooker, Diamond, Pipapo, dass sie mal vermehrt noch auf Einschlauchpfeifen gehen. The Hooker hat schon viele sehr gute Vierschlauchpfeifen. Die Hanso, die Megatron, die Medusa. Es gibt schon mehr als genug Vierschlauchpfeifen von The Hooker. Aber ein Schlauchpfeifen fällt mir gerade nur die tolle Burgerpfeife von Axel ein. Dann die Bigfoot, die aber eine relativ kleine, kompakte Pfeife ist. Und jetzt eben die Jimmy. Die Jimmy kommt wie von The Hooker gewohnt in einem Komplettset. Das heißt, ihr habt einen Schlauch dabei, ihr habt ein Mundstück dabei, eine Knickschutzfeder, eine Zange, einen Kopf und einen Kopfaufsatz. Und das ist auch das Erste, was ich positiv hervorheben muss. Es ist ein Glasfunnel und ein HMD dabei. Das ist nicht der beste Funnel auf dem Markt und das ist auch nicht das beste HMD. Oder der beste HMD? Der beste. Das Geat Management Device. Ja, das beste HMD. Das ist ein HMD. Also es ist ein HMD und es ist ein Glasfunnel dabei. Besser als ein Tonkopf mit Kamin. Genau, das wäre beides zwar nicht meine erste Wahl. Vergleichen wir es aber mit dem, was normalstandardmäßig an Köpfen dabei ist, ist es um fucking Welten besser. Also wirklich um fucking Welten. Damit kannst du wirklich was anfangen. Da musst du den Anfänger nicht mehr sagen, Digga, sorry, aber diese Köpfe und die Aufsätze dabei sind, schmeiß die einfach in die Tonne und hol dir was Ordentliches. Bei denen kannst du sagen, kannst du erstmal mit rauchen. Gucke erstmal, ob es dir gefällt und dann kannst du das Geld für den Kalout ausgeben und für einen guten Funnel oder für einen besseren Funnel. Aber das ist für den Anfang wirklich hervorragend. Und ja, Komplettset, Funnel HMD dabei. Die Pfeife hat ein paar besondere Feature und zwar ist es an sich natürlich eine Edelstahlpfeife, aber sie hat ein komplettes Sleeve aus, ich würde sagen, Epoxy in Marmoroptik. Also es gibt drei Farben. Es gibt Blau, Schwarz und Weiß. Ich habe sie in Weiß und die weiße Optik ist eben so ein bisschen Marmor-mäßig. Finde ich tatsächlich sehr nice. Mia mag Marmor eigentlich voll gerne. Dann habe ich ihr die gezeigt und habe gesagt, ah guck mal, das könnte auch was für dich sein. Dann hat sie gesagt, boah, ist die hässlich. Es ist, wie es immer ist, Leute. Optik ist einfach Geschmackssache. Dann müsst ihr euch überlegen, ob ihr die geil findet oder nicht. Ich persönlich finde sie schön und ich bin sehr froh, dass du Huka dafür, die war jetzt sogar im Angebot, die hatten wieder 15 Prozent, wie alle drei Tage, muss man ja fairerweise sagen, hatten sie wieder 15 Prozent und hast du sie für 150 ungefähr gekriegt. und für 150 Euro in einem Komplettset mit einem Blow-Off, der von unterm Teller der Rauchsäule entlang geht und umbaubar ist, sodass er am Teller entlang geht zur Seite mit einem Glasfunnel und einem HMD. Finde ich schon ein geiles Angebot. Also da muss ich wieder sagen, da hat der Huka einfach mal wieder einen Preis-Leistungs-Kanal rausgehauen. Die Bowl gefällt mir persönlich nicht so gut, aber das ist halt so. Ich hätte sie mir noch als Steckball-Variante gewünscht. Ja, das ist eh so ein Ding, wo ich mir bei vielen HMD wünsche, dass sie langsamer auf dieses Steckball-System umswitchen, weil ganz ehrlich, mittlerweile haben so viele Leute allgemein Steckballs in vielen verschiedenen Variationen, abgesehen mal von den ganzen Caesar-Balls, die auch wirklich viele Leute haben. Und da finde ich, hat zum Beispiel Goat, G-O-A-T, einen super Schritt mit der Play... Nee, nicht mit der... Wie heißt sie? Golden G-O-A-T. Die One waren noch die mit vier Anschlüssen und Schrauben. Und die Golden Goat ist jetzt die neue Einschlauch-Steckpfeife. Und das finde ich schon mal einen super Schritt in die richtige Richtung. Ja, das würde ich mir noch wünschen, das ist so eine Kleinigkeit, aber das ist halt einfach nicht der Stil von The Hooker und viele Leute wollen ja auch gezielt keine Steckpfeifen haben. Das muss man einfach respektieren. Wir beide sind halt Voll-Team-Steckballs, würde ich sagen, weil du halt einfach die Wahl der Wahl hast. Qual der Wahl. Ja, ich dachte, ach egal, ich wollte es anders verpacken, aber es ist nicht so aufgegangen. Egal. Es ist halt eine Schraubwolle. Die Bowl an sich gefällt mir nicht so gut. Sie ist halt relativ dünn, hat aber ein paar coole Cuts. Die Form an sich gefällt mir nicht so gut. Auf der anderen Seite will ich da auch gar nicht so viel meckern, weil es ist halt immerhin eine gescheite Bowl mit Cuts und da wurde sich Gedanken gemacht und die ist halt in dem Komplettset für 150 Euro dabei. Kaufe dir mal eine Cäsar Bowl, da bist du schon deinen kompletten 150 Euro los. Da hast du noch keine Pfeife, keinen Schlauch, keine Zange, kein Mundstück, keine Klickschutzfeder, kein Kopf und kein HMD gekauft. Also, wenn du das dann halt immer wieder in diesem Kontextpreis Leistung siehst, dann ist die Bowl auch nice. So. Ja. Fragerunde, Leute, aufwachend im Chat an alle, die live zugucken bei der Podcastaufnahme gerade. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ihr uns eure Fragen in den Livestream-Chat reinschreiben könnt und wir da noch ein kleines bisschen drauf eingehen. Und Psyko hat zum Beispiel auch gerade noch geschrieben, ich finde es gut, dass gerade nicht jeder Hersteller Steckworts hat. Und genau das unterstreicht ja meine Aussage, es gibt eben genug Leute, die wollen das nicht. Und dann sollte man ja mal die Wahl haben. So, jetzt warten wir, bis der Chat aufgewacht ist, die natürlich alle gerade in einem komatösen, in einem meditativen Zustand sind, weil sie uns die ganze Zeit schon lauschen. Aber, wie gesagt, wenn ihr da jetzt Fragen habt, dann haut die sehr, sehr gerne mal in den Chat. Dein Lieblingstabak. Die Frage beantworte ich ganz einfach, indem ich sage, schaut sehr, sehr gerne mein Top 10 Tabak-Video. Ja, bei mir ist es weiterhin ein Quizmove. Gut. Wie kam es zum Gesichts-Coming-Out? Haben wir eigentlich im letzten Podcast gut besprochen, ne? Also Podcast Episode 19 einfach. Ist heute online gekommen, könnt ihr gerne vorbeischauen. Ja. Geht es die Instagram-Cam als Kopfball-Cam zu nutzen? Leider nein. Leider nein. Also ich kann die nicht einfach so in den Stream integrieren. Ich wollte mal was anderes testen mit dieser Insta 360 1x2. Kann ich auch einen Livestream in 360 Grad starten? Aber es geht eben nicht, dass ich die als Cam mit in den bestehenden Stream integriere. Ja, okay. Leider. Welcher Bowl sieht deiner Meinung nach am besten auf der Breeze 2 aus? Das kommt drauf an, ob du die schwarze oder die weiße Base hast. Das kommt drauf an, welchen Sleeve du drauf hast. Meine Lieblingskombi ist im Moment die Mose Ice Cut Bowl mit dem Frosted Sleeve. Mhm. Ich glaube, ich finde die Drop Bowl, die Frozen Drop Bowl am schönsten momentan. Die Mini, ne? Ja. Die hast du immer, ich finde die so hässlich. Ich weiß, aber ich finde die so schön. Ja, also gut. Das ist halt immer Geschmackssache. Dafür gibt es verschiedene Bowls. Obwohl ich will dich ja nicht hate. Ich will die auf der hier sehen. Hast du die schon mal drauf? Ja, okay. Ja, ja, ja. Auf der Tradi Mini ist auch sehr geil. Das ist noch eine Bowl, die ich mir auf jeden Fall holen will. Das ist momentan leider ausverkauft. Ja. Auf Spam-Fragen gehen wir natürlich nicht ein. Finn hat noch gefragt, Amphora oder Haifen? Performance ist bei beiden geil. Preislich sind die sehr nah beieinander. Die Depotform gefällt mir bei beiden gut. Ich weiß nicht, ich würde bei den zwei fast sagen, was dir besser gefällt. Also die könnten ja auch fast nicht unterschiedlicher aussehen. Ja. Amphora ist ein fucking Panzer und der Haifen ist ein schöner, kleiner, schlichter Kopf. Also ich würde zum Haifen dann den persönlich. Ich auch, weil ich finde der Amphora auf vielen Fall, stell dir mal jetzt vor, du brauchst dir gerade die Duscher Basic. Stell dir mal vor, du hast da einen Amphora drauf. Das wird das komplette Bild zerstören. Oder hier auf deiner Penta auch. Ja, das wäre... So ein dünnes, ganz elegantes Setup und dann so ein Panzer da oben drauf. Ja. Würdest du zur Zeit eher die Vyro Penta oder die Breeze 2 bevorzugen? Also ich persönlich finde die Breeze cooler wegen den Blow-Offs und ich finde sie vom Design her ein bisschen schöner. Ich finde, es wirkt runder, in sich geschlossener. Ich muss aber sagen, dass ich vom Rauchverhalten her tatsächlich die Penta bevorzugen würde, weil ich den Durchzug und das Entlüften angenehmer gestaltet finde. Ich muss auch sagen, also vom Rauchverhalten her würde ich zur Penta gehen. Von allem anderen eigentlich die Breeze 2. Du hast bei der Breeze 2 mehr Variationen, was die Blow-Offs angeht. Du hast auch mehr Variationen, was das Aussehen angeht. Ich meine, natürlich kannst du auch bei der Penta wechseln, aber da gibt es weitaus nicht so viele Sleeves und Möglichkeiten wie bei der... Ja, und die Sleeves sind ja auch im Grunde dasselbe, nur eine andere Farbe. Bei der Breeze hast du... Ja gut, es sind eigentlich auch noch verschiedene Farben, aber es gibt auch nochmal zwei komplette Styles. Es gibt die Original Line und die Wavy Line. Deswegen also da würde ich, wenn du die Frage musst, im Endeffekt stellen, um da eine Entscheidung zu treffen. Ja. Alex, die Bowl gibt es... Was ist der Angebot? Wo? Die Tradimini anscheinend. Es braucht gerade Blugasmus, weil du das empfohlen hast. Kadia, dann hoffe ich, dass er dir auch gefällt. Mein Kohleanzünder hat früher 9 bis 11 Minuten gebraucht. Das dauert jetzt schon fast 14 Minuten. Da muss die Turbine her. Hast du eine Shop-Empfehlung mit Angebot und Code. Also erst mal, das ist ganz normal, dass Anzünder irgendwann länger brauchen. Das passiert dir auch mit der Turbine. Diese Spiralen, die da drin verbaut sind, die verlieren auf Dauer immer ein bisschen Leistung. Das kannst du nicht verhindern. Das heißt, du musst dir jetzt deswegen nicht unbedingt eine Turbine kaufen. Du könntest dir jetzt auch wieder einen neuen AO Blazer mit 1500 Watt oder sowas ziehen. Der ist halt besonders geil. Je mehr Watt, desto mehr Power ist dahinter. Würde ich mir jetzt keine neue Turbine kaufen, würde ich mir auch den Blazer da mit 1500 Watt holen. Habe ich jetzt auch die ganze Zeit zu Hause stehen gehabt. Ja, sind geil die Dinger, oder? Die laufen gut, sind groß genug, dass du auch für zwei bis drei Leute Kohle anmachen kannst. Also alles das, was ich eigentlich von einem normalen Kohleanzünder brauche. Und jetzt habe ich die Turbine wieder am Start. Ja. Ich habe nur einen Oblarko M und einen Kalaut. Was wäre eurer Meinung nach der nächste Schritt mit einem neuen Kopf? Ich werde tatsächlich wieder beim Hyphen. Oder? Dann hast du wirklich das Level ab. Ja, entweder einen Hyphen oder einen Lit-Lip für weniger Verbrauch. Ja. Würde ich sagen. Also entweder du gehst mit dem Tabakverbrauch runter, dann würde ich sagen Lit-Lip. Gerade so für pure Darkland-Mission. So ein pures Master-Küppchen im Lit-Lip. Verbraucht nicht so viel Tabak, tut nicht so sehr weh. Läuft top. Und ansonsten, wenn du von der Performance hoch willst, ja, Hyphen. Ja, würde ich auch sagen. Habt ihr schon gute Mischungen für die neuen Aeon-Sorten? Ich teste gerade Purpura mit Grape 2 und Black Forest. Den Purpura habe ich wie gesagt auch mit Grape gemischt, ohne den Black Forest. Und den Purpura zu mischen, finde ich sehr schwer, weil der halt super, super intensiv ist und sogar ein kleiner Prozentanteil da schon heftig viel ausmacht. Ich würde einfach auf die Mixing-Sessions von mir verweisen, sind in den letzten zwei sogar ihren Tag enthalten. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Generell für Mix-Anregungen ist die Mixing-Session halt saugut. Na krass, Kurangriff schreibt gerade, 1500 Watt bei alten Stromleitungen ging bei mir nicht, musste auf Gas wechseln. Das ist natürlich krass. Und so ein 500 Watt-Anzünder zur Not, also ich meine, dauert dann halt länger, aber ist ja besser als dauerhaft Gas zu benutzen, oder? Mit was mischt man Cola? Entweder mit Citrus-Sachen oder ich habe es, wie gesagt, auch schon mit Grey probiert, war auch sehr, sehr geil. Ja, ich hätte Citrus gesagt, funktioniert immer. Meinung zu der Chicago. Also, für mich als Nicht-Auto-Liebhaber und ich brenne einfach nicht für das Design von der Chicago, wäre sie mir viel zu teuer. Für Leute, die krass in diesem Auto-Thema drin sind und da drin Entschuldigung, aufgehen, kann ich verstehen, wenn man das Geld dafür ausgibt und dann gibt einem das auch bestimmt genug Befriedigung. Die Pfeife an sich ist halt nichts Besonderes. Durchzug ist typisch russisch, Entlüften ist schön, aber auch nicht krass. Du musst halt auf diese Federgabeloptik stehen. Du bezahlst bei der Chicago den emotionalen Wert, mit dem du damit kaufst, durch dieses Autodesign. Also, gibst du das Geld für das Design aus. Wenn du es super geil findest, dann hol sie dir, weil ich habe es oft genug mitbekommen, dass sie sagen, ja, am Ende hole ich es mir doch nicht, ist doch so teuer und am Ende haben sie aber trotzdem nicht das, was sie eigentlich haben wollten, weil Chicago ist halt unique. Fertig. Mammel Costume Crys. Ja, gut. Aber es ist halt trotzdem ein bisschen abgewandelt. Ja, auf jeden Fall. Aber, so an sich, wenn ich mich jetzt entscheiden würde, finde ich es auch für das, was man bekommt, zu teuer. Ja, so würde es mir eben auch gehen. Gerade war noch die Frage, Breeze 2 oder Vibro Noir, da würde ich mir ganz starke Gedanken machen, was ich denn überhaupt bei einer Pfeife haben will. Also, das ist halt eine große Steckpfeife im UFO-Design und eine kleine Steckpfeife mit geilen Blow-Offs und anpassbaren Möglichkeiten. Also, da können wir jetzt einfach nicht hergehen und sagen, ja, die ist besser oder die ist besser. Das ist wie, welches Auto, was ist das beste Auto? So, naja, fährst du in der Wüste rum, dann brauchst du wahrscheinlich irgendeinen 4x4, Truck oder Jeep oder whatever und willst du auf der Rennstrecke fahren, dann brauchst du halt ein Sportauto. Also, die Frage kann man nicht beantworten, ohne die Bedürfnisse zu kennen oder die Vorlieben zu kennen. Erwartungshaltung halt. Genau. Welche Erwartungen hast du an deine Pfeife, was muss sie können, was muss sie nicht, was darf sie nicht, was muss sie können und dann kannst du halt gucken, was bringt die jeweilige Pfeife mit. So, ganz einfach. Ja. Habt ihr schon mal Fumari-Marcherie probiert? Ich finde kein Setup dafür, bis der Kalout und Oblaco. Wo du hier liegen hast? der Sour Cherry dann auf internationalen Namen. Ja, aber war doch eigentlich. Bei mir lief der immer im Funnel und Kalout, also egal welchen Funnel ich benutzt habe. Ich glaube, ich habe ihn auch mit einer Kranima geraucht, ja. Fumari darf es halt nicht zu viel Hitze geben. Das ist halt so. da musst du höllig aufpassen. Hitzemanagement musste bis... Leichter Kontakt, schön fluffig bauen, wirklich extrem drauf achten, dass der fluffig gebaut ist und nicht zu viel Hitze geben. nicht High Heat. Ja. Ähm, ja, das Ding ist, es fragen immer so viele Leute, ja, aber der läuft nicht im Funnel und der kann keine Hitze ab. Ich finde dieses, der Tabak kann keine Hitze ab. So, es gibt vielleicht eine Handvoll Tabaksorten, die wirklich gar keine Hitze abkühlen. Aber im Grunde finde ich die Aussage einfach falsch. Es gibt einfach Tabaksorten, die verschieden viel Hitze brauchen und dein Job als halt Hooker Master daheim ist es herauszufinden, wie viel Hitze kann ich ihm geben, bis er optimal läuft. Und dann ist dann so, ja, ich rauche immer mit zwei Kohlen, und der funktioniert nicht mit zwei Kohlen. Ja, dann nimm weniger. Tada! Bin Doppelapfel-Apfel-Minze-Raucher. Welche Pfeife würde sich dafür am meisten lohnen? Die dir am besten gefällt? Literally jede. Also, du kannst auf einer stinknormalen Pfeife deinen Apfel die ganze Zeit rauchen, du kannst dir eine Tradi holen. Das ist, was dir lieber ist. Ne? Meinung zur VZ-Cosn V2, weil, also gerade die Mini hätte ich ja noch so unglaublich gerne. Kommt diese Woche bei mir an. Halt dein Schnütchen. Sack! Boah, ja, die hätte ich echt noch sehr, sehr gerne auf der Liste. die Krat in der Kombi mit der Dropball habe ich bei Flo gesehen und da wurde ich selber geinfluenced und da habe ich es mir jetzt auch geholt. Ich finde die auch sehr, sehr geil. Das Einzige, was ich nicht geil finde, ist der Solo-Import und ich sage mal Solo-Vertrieb und der daraus entstehende Preis. Hab einen Moon-Funnel, lohnt sich der Moon-Grand-Funnel? Ich habe den Grand-Funnel noch nicht einmal geraucht. Läuft halt wie ein, läuft halt ganz normal. Das ist halt ein anderer Look. Ist halt so dieses, ist ein Sechseck? Ja, ich glaube auch Sechs-, Achteck, irgendwie sowas. Läuft gut, ist halt, ja, kann man jetzt nicht viel mit falsch machen. Ist halt so auf dem Level von Oplarko und Moon allgemein. Ja. So ist das. Meinungen zu Mataleon Small kenne ich gar nicht. Ne. Ja. Welche Pfeife findest du am besten von deinen McCloud-Pfeifen? Boah, schwierige Frage. Also optisch am besondersten find ich die Odyssey. Von den Features am krassesten die Skytech. Von der, von dem Stil her ist es die Rose. Und von dem Eindruck her ist es die Dragon. Ja. Also ist... Und Preis-Leistung ist die, wie heißt sie? Skytech. Ja, Preis-Leistung, die, die, die ganz simpel. Ach so, du meinst jetzt von den normalen McClouds. Ich dachte, es ging um die eine McCloud-Bestellung. Ach so. Wenn du möglichst viel Bang for the Buck haben willst, dann nimmst du die Igla auf Anubis. So heißt sie genau. Ja. Das meine ich. Ja. Also mein, mein Favorit, allein vom, vom Look her, ist die Rose. Ja. Ganz safe. Die ist halt wunderschön. Ja. Wie viele Köpfe rauchst du täglich und hast du gesundheitlich schon etwas gemerkt? Also ich rauche so drei bis fünf Köpfe an den meisten Tagen, aber wahrscheinlich, also mein Schnitt wäre wahrscheinlich dreieinhalb Köpfe, würde ich sagen. Ich bin bei drei ungefähr. Ja. Zu drei im Schnitt. Und gesundheitliche Folgen? Nee. Also ich habe tatsächlich über die letzten Monate gemerkt, dass ich ein bisschen schwerer Luft bekomme, was aber glaube ich mehr der Situation geschuldet war, dass ich literally gar keinen Sport mehr gemacht habe und aufgrund von Wetter und viel Arbeit nur gesessen habe und nur Pfeife geraucht habe. Ich denke, dass nur sitzen wäre auch scheiße für den Körper gewesen, aber das in Verbindung mit Rauchen war bestimmt besonders schlecht. Deswegen versuche ich es jetzt wieder mit etwas weniger Rauchen und deutlich mehr Sport und etwas bessere Ernährung. Also ich habe mir früher sehr viele Gedanken um Ernährung gemacht und ich habe da auch viele Bücher und hier Ernährungskompass gibt es ja glaube ich und ich habe hier auch, also Ernährung habe ich durchgespielt. Also ich bin jetzt kein Ernährungsberater, aber für jemanden, der sich da halt mal so drüber informiert, bin ich glaube ich schon sehr gut informiert. Ich will einfach nur ein bisschen weniger Fast Food. Das ist gerade eigentlich mein einziges Ziel. Also nicht mehr so viel Pizza und Burger und billig Chicken Nuggets. Theoretik, ich habe mich damals extrem viel mit Ernährung auseinandergesetzt, auch sportbedingt. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass ich halt sage, okay, ich versuche einfach weniger Scheiß zu fressen, aber ich will mich trotzdem nicht so sehr einschränken. Rebo-Prinzip. 20% des Aufwands, 80% des Ergebnisses. Ja. Ja, aber es ist halt wirklich so, mittlerweile ist die Priorität halt einfach gewandert, dass ich sage, okay, ich will mich nicht mehr einschränken, zum Beispiel mit dir heute Adonat zu essen. So habe ich mega Bock drauf. Früher hätte ich gesagt, nee, dann esse ich lieber davor noch mein Brokkoli, Hähnchen, Reis. esse ich lieber davor und dann lass einfach nur am Abend chillen und Pfeife rauchen. Aber so nachher essen, habe ich einfach Bock drauf. Ja. Und dann verbiete ich mir das selber auch nicht. Ja, also ich meine, es hat ja auch irgendwie gesellschaftliche Vorteile, wenn man sich dann schön zusammen was zu essen bestellen kann. Achso, gesundheitliche Folgen, ich merke es krass beim Joggen gehen. Aber so beim, dadurch, dass ich halt den Ausgleich mit dem Sport habe, finde ich, geht das eigentlich bei mir. Also ich habe jetzt nicht sehr merkbare Einschränkungen, was das angeht. Ja. So ist das. Wie habt ihr euch kennengelernt? Über Insta. Also wir haben tatsächlich dann über Insta ein bisschen geschrieben, da waren wir aber ganz am Anfang. Was hast du gesagt? Du hattest nicht mal 1.000 und ich hatte 1.500 oder 2.000 oder so. Also wir waren wirklich beide ganz, ganz am Anfang. Das muss dann auch vor zweieinhalb, drei Jahren gewesen sein oder so. Ja, glaube ich. Ich glaube auch so was in die Richtung drei Jahre. Da habe ich noch im Shop gearbeitet und dann bist du einfach mal rumgekommen. Ja. Auf dem Köpfchen. Ja, genau. Und dann bin ich einfach mal mit Alex vorbeigekommen und dann hat man sich halt immer mal wieder gesehen und spätestens seit ich dann wieder hier gewohnt habe, haben wir eigentlich regelmäßig mal mindestens, weiß ich nicht, also mindestens einmal im Monat haben wir uns gesehen. Ja. Manchmal zweimal und manchmal eine komplette Woche lang. Manchmal eine komplette Woche, immer wie es halt bei uns beiden gerade reinpasst. Aber ja, zum Beispiel als Mia in Österreich war und ich dann abends immer ab, weiß ich nicht, je nachdem, 10, wenn es kein Streamtag war und 11 oder so, wenn es ein Streamtag war, auf der Couch gelegen habe, habe so, ohne Mario Kart? Jo, bin gleich da. Alles klar. Dann haben wir das gemacht. Es wurde noch gefragt, ob du die positive Meinung von mir über VUCA teilst. Was, also positive Meinung in dem Sinne, dass er das, was genau? Frag ich mal so. Gesamtpaket, also die Mischung aus Rauchverhalten und Optik. Ja, es ist halt, also ich finde, die VUCA ist so, wenn du eine Pfeife mit Holzelementen willst, ist es für mich die VUCA, wenn ich meine holen würde. Es ist aber nicht so ein Crail in Anführungszeichen für mich, wie sie für dich war. Das ist halt eine andere Sichtweise. Ich sage jetzt nicht, ich brauche unbedingt noch eine VUCA oder ich brauche unbedingt noch die Nox Infragoldet. Sie ist super schön, lässt sich auch super gut rauchen, wenn du halt auf dieses leicht Tradimäßige stehst. Ja, aber wirklich leicht. Ja, genau. Es geht eher in die Richtung Tradie als modern. Ja. Und ja, also wenn dir die Optik gefällt, machst du mit der auf jeden Fall nichts falsch. Ja, würde ich so unterschreiben. Sanchez fragt noch, ich habe mir vor ein paar Jahren meine erste Shisha gekauft, einer EON X Shishaya Atom, und habe jetzt das Problem mit Wasser im Schlauch, obwohl ich viel probiert habe, woran kann das liegen? Das ist bei dir so eine... Das ist die Pfeife. Ja, das ist eine Krankheit von der Pfeife. Du kannst bei der Atom... Du kannst es nicht schaffen, dass du den Wasserstand so hinkriegst, dass du bei starken Ziehen kein Wasser in den Schlauch kriegst. Schaffst du nicht. Das ist wirklich dann, wenn überhaupt, Millimeterarbeit. Ja, also... Ich habe es nie geschafft. Also, ich musste bei der Atom... Also, ich hatte eine Kylie auf einer Atom Bowl, aber ich habe auch mal eine Atom-Atom geraucht. Ich musste immer leicht anfangen zu ziehen und dann stärker werden. Aber dieses... Dieses ruckartige am Anfang, immer Wasser im Schlauch. Immer. Also, es ist leider einfach dahingehend eine Fehlkonstruktion. Ja. Leider. Hab einen Lidlips, allerdings drückt sich dort überall die Molasse raus, obwohl ich ihn schon einmal ausgekocht habe. Muss man den öfter auskochen oder einen neuen kaufen? Also, du hättest auch einfach Ausrufezeichen Blut in den Chat eingeben können. Ich habe es doch schon mittlerweile gekauft. Da habe ich einen Command für. Die Frage kommt sehr, sehr oft. Aber um es auch noch mal im Cast jetzt abzuhaken, Bluten juckt nicht. Es ist nicht schön. Es sieht nicht schön aus, wenn da Molasse aus dem Kopf rausläuft. Euer Kopf ist aber nicht kaputt oder durch und ihr braucht jetzt nicht einen neuen oder so. Das ist alles scheißegal. Ihr könnt den ganz normal weiter benutzen. Den auszukochen bei einem glasierten Kopf würde ich niemals empfehlen, weil es tendenziell der Glasur nicht gut tut und dann dafür sorgen könnte, dass er beim nächsten Mal noch viel mehr blutet. Und auch bei unglasierten Köpfen so, ja, da kommt dann halt was raus und nach dreimal rauchen ist wieder drin. Also scheiß doch einfach drauf. Sieht nicht schön aus, aber es funktioniert fertig. Ja. So, ich glaube, das war es auch. Grüßenteils mit der Fragerunde, oder? Ja. Aber da haben wir fast noch mal. Haben wir noch mal eine Stunde 10? Dann sind wir wieder bei zweieinhalb Stunden. Das ist ja schon sehr solide. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, auch bei Episode 20. Ja. Alex war wieder sehr schön. Ja. Auch wenn ich zwischendrin einmal kurz in Rage-Modus gegangen bin, bei der 25-Gramm-Verordnung. Aber lass da nicht wieder drüber reden. Kann man dir aber nicht übel nehmen. Ich habe da schon PTSD, Post-Traumatic Stress Syndrome. So ein Ding ist das. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören bei Episode 20 Shisha-Cast und wir hoffen, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiederhören. Tschüss. Macht's gut. ich bin ja gut. Vielen Dank.